Früher, als ich nicht liiert war, war ich immer nur die Geliebte von aufregenden Männern. Ich war immer nur die Geliebte und das war ich quasi schon mal vor 300 Jahren. Ich mache das schon so, wenn man ein Auto kauft, dass ich sage, gut, das wird jetzt eben abgeräuchert mit weißem Salbei und so, dass mir das gute Dienst leistet. Das ist eine Materie, die ich gerne für mich nutzen möchte, damit ich unfallfrei fahre. Klar mache ich da schon so einige Sachen, wo der andere sagt, die hat sie nicht mehr alle. Einer für Seppi, einer für Blümchen, einer für Moni. Ich weiß immer noch, wie ich Stunden über Stunden da saß, meine Beine überkreuzt habe, gehofft habe, dass die irgendwann zu so einer Flosse zusammenwachsen. Aber er ist auf jeden Fall auch der schärfste Pastor, den ich je gesehen habe. Also wenn ich mir vorstelle, würde ich so sehen, Pastoren in der Kirche, als ich würde sofort in die Kirche gehen und beten, bis mir die Finger blühen. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Eigenartig, einzigartig, das ist unser Thema heute. Und wir begrüßen dazu hier im alten E-Werk in Baden-Baden diese Gäste. Bereits als Kind wusste Julian F.M. Stöckel, dass ihn seinen Lebensweg einmal ins Rampenlicht führen soll. Heute steht er tatsächlich als Entertainer in der Öffentlichkeit und genießt die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird. Minerva Winter ist so etwas wie eine Zauberfrau, Schamanin und kennt sich aus mit Kräutern. Sie selbst bezeichnet sich auch als Hexe. Dass sie mit ihren Ideen und Ritualen auch polarisiert, stört sie dabei nicht, denn sie ist überzeugt von ihren Fähigkeiten. In seiner Heimatstadt Passau kennt man Josef Kübelbeck heute nur als den Dackelseppi. Nicht ohne Grund, denn als Gründer des ersten und einzigen Dackelmuseums der Welt hat er seiner tierischen Leidenschaft ein Denkmal gesetzt. Einen Kindheitstraum erfüllte sich Katrin Gray. Bereits als junges Mädchen hat sie davon geträumt, eine Meerjungfrau zu werden. Heute taucht sie mit Delfinen und Haien und genießt eine ganz besondere Verbindung zu den Meeresbewohnern. Mit seiner Bodybuilder-Statue und den großflächigen Tätowierungen sieht man Markus Schneider nicht auf den ersten Blick an, was seine Berufung ist. Als Pastor sind Predigen und Pumpen für ihn aber keine Widersprüche. Die Diplom-Psychologin Ulrike Scheuermann sagt, alle Menschen streben danach, als einzigartig erkannt zu werden. Doch sie weiß auch, wie dieses Streben ausgelebt wird, ist höchst unterschiedlich und hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Herzlich willkommen an Sie, herzlich willkommen an die ganze Runde. Frau Winter, Sie sind ja schon eine Erscheinung, bunt, wobei ich heute sagen muss, ich weiß gar nicht, wohin ich zuerst gucken soll hier in der Runde. Aber wie bei allen anderen ist es ja nicht nur die Optik. Sie sagen, Sie haben früh schon an sich eine Gabe erkannt. Was ist das für eine Gabe? Ja, also ich muss dazu sagen, erkannt ist schwierig zu formulieren. Oder sie hat sich bemerkbar gemacht, sagen wir so. Ja, es hat sich entwickelt. Okay. Es hat sich entwickelt. Ja, es ist so, dass ich schon immer Dinge gesehen habe, die andere nicht gesehen haben, um es mal so zu formulieren. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Also Menschen oder? Ja, Menschen nicht unbedingt, sondern ich habe etwas gespürt oder auch gesehen, was so nicht greifbar war. Beispielsweise war es so, dass wir als Kinder viel in Österreich und in Tirol waren und da wollte ich grundsätzlich immer in die großen Kirchen, in die Kathedralen. Und meine Eltern haben immer gedacht, das ist eher so das Bombastische, das Pompöse ist. Jeder, der natürlich in Bayern oder auch in Tirol die Kirchen kennt, weiß, wie wunderschön die innen drin sind und wie beeindruckend die auch sein können. Aber für mich hat das gar nicht so diese Rolle gespielt, dieses Glamour, sondern es war etwas, was ich gefühlt habe und was viel tiefer war. Und es war auch nicht der christliche Glaube an sich, sondern ich habe da anderes gemerkt und gespürt. Hatten Ihre Eltern denn auch schon so etwas Spirituelles? Nein, ich bin ein Kind des Ruhrgebietes, also ganz, ja, ganz weltlich groß geworden. Selbstgläubig eigentlich auch sehr wenig. Meine Eltern sind sehr weltlich, mein Vater ist Kaufmann, meine Mutter Kauffrau. Und da war das weder esoterisch noch sonst irgendwas. Es war halt, dass man zu Weihnachten mal in die Kirche ging. Natürlich gab es schon auch, wir sind in einer christlichen Gesellschaft groß geworden. Ich habe mich sehr früh für die Bibel interessiert und habe mich auch für andere Glaubensgemeinschaften interessiert im Zuge meiner Teenagerzeit, meiner Jugend, also für das Christentum, das Judentum, also Altes, Neues Testament. Und natürlich dann auch für den Buddhismus, den Hinduismus, den Islam und das fand ich alles sehr, sehr spannend. In den 70er, 80ern kamen ja auch solche Sachen wie Uri Geller und so weiter. Und Tarotkarten und Tische, Tische, Rücken, waren Sie da auch dabei? Die 80er, ja, Räucherstäbchen, Tee und genau, Tarotkarten. In der dunklen Ecke irgendwo in der Bücherei gab es die, das stimmt schon. Ja klar, also das fand ich ganz spannend, weil ich immer sehr neugierig war. Also ich fand das immer alles ganz spannend und wollte aber auch hinterfragen. Und ja, und da habe ich natürlich auch ganz viel gelesen. Also was Erich von Däniken, auch in den 80er Jahren, alles Mögliche, was mit der Esoterik auch zu tun hat. Nur damit wir uns das vorstellen können. Sie haben gesagt, Sie sehen auch Dinge, die andere nicht sehen. Sehen Sie denn auch verstorbene Seelen, Geister, weil das ist ja auch etwas, wenn man an Übersinnliches denkt, was einem gleich in den Kopf kommt. Ist schwierig, also ich bin jetzt kein Medium oder so etwas. Also das kann ich nicht von mir behaupten, möchte ich auch gar nicht. Also es ist auch bedingt, also was Verstorben angeht. Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass viele unserer Verstorbenen auch gar nicht mehr so als Geister rumgeistern. Aber nehmen Sie die denn wahr, weil wir hatten hier mal jemanden zu Gast zum Beispiel, dieses Gebäude hier, das alte E-Werk. Das ist 1898 in Betrieb genommen worden und der sagte uns dann hier, er sieht hier so acht bis zehn Geister in diesem Raum. Nehmen Sie sowas wahr? Also ich nehme wahr, wenn etwas unangenehm ist, also wenn etwas Schlechtes ist, was mir nicht gut tut und vielleicht auch anderen nicht gut tut. Oder was Gutes, also was Kraft gibt und was eine gewisse gute, positive Energie hat. Und wie geht es Ihnen hier? Im Moment bin ich nur aufgeregt. Also keine schlechten Energien, wenn sind es positive. Ich bin ganz ehrlich, also um etwas zu sehen oder auch etwas wahrzunehmen, muss ich daran arbeiten. Das ist eine mediale und eine Sache des Bewusstseins. Erzählen Sie uns doch mal, weil das wollen wir ja erfahren, was Sie so machen, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier zum Beispiel ein Haus und ich spüre da diese negative Energie, ob das jetzt Geister sind, an die man glaubt oder irgendwie eine Stimmung ist ja vielleicht auch erstmal egal. Was machen Sie dann? Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin irgendwo eingezogen und ich habe nur noch Albträume und mir geht es schlecht und vielleicht auch Krankheitsgeschichten da sind, dann ist es halt so, dass ich natürlich hinterfrage, woran es liegt. Es gibt halt ganz normale Naturgesetze, die da eine Rolle spielen, wie Elektrosmog beispielsweise, die da ja auch Ursache sein können, falsche Bauart, was auch immer. Und dann schaue ich natürlich selber und gucke, was bekomme ich. Das ist aber nicht mal eben so durchgehend, sondern das ist dann schon so, dass ich mich darauf vorbereite, also das Bewusstsein quasi darauf vorbereite, ja, mich einlasse auf diese ganzen Dinge. Und ich gehe da durch in einer sehr, sehr ruhigen Art und einem offenen Bewusstsein. Da muss ich mich aber vorbereiten drauf und schaue, was bekomme ich denn. Wo kann es dran liegen? Und da ist es mir auch immer wichtig, dass derjenige, der mich aufsucht, schon vorher nicht unbedingt viel verrät. Also, wenn da irgendwas im Haus gewesen ist, wie jetzt, keine Ahnung, hat sich jemand umgebracht oder die Oma ist da drin verstorben. Was auch immer derjenige weiß, soll er mir nicht sagen. Er soll mir halt nur sagen, dass er sich unwohl fühlt und dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Mehr will ich gar nicht wissen, weil das grenzt mich ein. Sie sagen ja auch, das ist nur ein Teil, mit dem Sie sich beschäftigen. Sie versuchen auch, alten Dingen eine Bedeutung zu geben. Was meinen Sie damit? Nein, also alten Dingen eine Bedeutung. Also ich beschäftige mich seit ganz vielen Jahrzehnten mit der Mythologie, mit Sagen, Mythen und vor allen Dingen alten heidnischen Ritualen. Auch im Zuge meines Wirkens als Hexe. Ich bin eben heidnisch, gläubig, also so wie unsere Vorfahren da die alte Religion quasi begangen haben. Und es gibt da eben magische Praktiken und Überlieferungen, mit denen ich mich beschäftige. Also beispielsweise unter anderem mit Erntegaben und auch mit Geschichten, die ich auch mitgebracht habe. Ich denke, darauf spielen Sie auch an. Ich bin gespannt. Ja, genau. Jetzt werden wir verhext. Jetzt werden wir verhext. Als gutes Beispiel jetzt. Herr Stöckl freut sich schon, darauf verhext zu werden. Ja, als gutes Beispiel gibt es halt diese nette Figur. Er guckt aber schon ganz erschrocken. Ja, genau. Ich liebe das. Ich bin auch zu Hellseeren gegangen. Also ich liebe das. Mich erreichen Sie da sehr mit. Okay. Der erste Gedanke, wenn man die sieht, ist natürlich. Voodoo. Voodoo-Puppe. Und das sagen auch ganz viele, die eben in meinen Laden kommen. Wenn die die an den Wänden sehen beispielsweise oder auch in anderer Form, es gibt die in unterschiedlichen Formen, dann kommt immer gleich, boah, Voodoo, gruselig. Und dann erkläre ich natürlich, dass Voodoo eine Naturreligion ist und dass man da mit den Puppen halt Voodoo total Unrecht tut und dass es eben nicht so ist. Und dass es Puppenmagie und symbolische Puppen auf der ganzen Welt seit Urzeiten gibt, angefangen von den germanischen keltischen Völkern bis zu den Römern und sogar auch im Christentum. gab es dann bestimmte Opfergaben, die Teile eines Körpers waren, wie Ohr, Füße, Hände aus Porzellan, aus Keramik, die was darstellten symbolisch, die was bedeuteten. Und so ähnlich ist das mit der sogenannten Kornmume oder Kornmutter, die ich hier habe auch. Die wurde ja von der ersten oder der letzten Korngabe gebunden, mit Gesang und teilweise auch Zaubersprüchen versehen und die sollte das Haus und die Bewohner schützen. Kommen wir nochmal zu Ihnen. Manche werden da gleich einen Zugang haben, wie Herr Stöcke sagt, ich finde das gleich, andere sagen, was ist das denn? Aber bleiben wir erstmal bei Ihnen. Sie sind ja auch relativ jung Mutter geworden. Mit dem Vater Ihrer Kinder sind Sie immer noch zusammen. Hat der denn auch einen Sinn fürs Übersinnliche? Also mein Mann hat mich so kennengelernt. Das ist eine Jugendliebe. Also ich war 15. Also das kauft man mit sozusagen. Ja genau, wir sind seit 30 Jahren verheiratet und immer noch glücklich. Und ja, also er hat mich tatsächlich so kennengelernt. Mit 15, 16 habe ich mich eben für diesen Bereich interessiert, habe diese Bücher halt verschlungen. Und er wusste, dass ich immer schon ein bisschen komisch war in dem Bereich. Aber dass wir das halt auch leben, also das Heidnische, diese Naturreligion leben, das kam erst später. Sie haben auch Kontakt dann zu einem Hexenzirkel bekommen. Was macht man da in so einem Hexenzirkel? Also kann ich mir jetzt... Also das sind Riesensprünge natürlich jetzt hier, die wir jetzt machen. Wir haben nicht viel Zeit, ist klar, ne? Wir gehen durch Ihr Leben, wir gehen durch Ihr Leben. Ja, aber ich sag mal, wir rennen da durch. Wir rennen da durch. Okay, dann ordnen Sie es ein. Ja, wir fliegen da durch. Also am Hexenzirkel kam natürlich auch so Ende der 90er Jahre, habe ich Menschen kennengelernt. Ich habe immer gedacht, ich bin so alleine. auf weiter Flur in meinem Bereich und in dem, was mich interessiert, aber manchmal kommt es ja, wie es kommen soll und man trifft die Leute, die man treffen soll. Und so war es halt auch, dass ich Menschen getroffen habe, die mich aufgenommen haben in einen ganz traditionellen Wicca-Zirkel. Dazu muss man erklären, Wicca ist eine Religion, eine religiöse Gemeinschaft oder eine mystische Gemeinschaft. In Amerika ist sie anerkannt, hier nicht. Und die haben mich quasi aufgenommen. Ich wollte da hin und habe dann quasi über ein Jahr mit diesen Menschen verbracht, um auch für mich weiterzulernen und weiterzukommen. Und meine Fragen beantwortet zu bekommen. Sie haben sicher recht, wir können ja hier nur andeuten, wie Sie zu dem gefunden haben, was Sie sind und auch, was Sie nun tun. Wenn wir fragen, eigenartig, einzigartig, ist ja auch immer die Frage, wie reagieren denn andere darauf? Sie haben dann 2003 auch einen Hexenladen aufgemacht, als Sie dann so offen damit nach außen gegangen sind. Wie haben Nachbarn darauf reagiert? Ja, also, dazu muss ich sagen, wir hatten, nicht das Problem, aber wir haben halt, meine Schwiegereltern sind sehr katholisch gewesen, sind sie immer noch, also meine Schwiegermutter. Nebenan war die Tante, die Großtante auch katholisch, zugezogen aus Bayern. Und ja, die Nachbarschaft bei uns war damals, heute ist es nicht mehr so, sehr konservativ. Und im Dortmunder Süden ist es eigentlich auch ein reicher Vorort. Ja, und da hat man eben seinen fünf Zentimeter Rasen vor der Tür und seine beiden Autos und seine Kinder sind ganz brav. Und wenn man da irgendwie ein bisschen aus der Reihe fällt, der Rasen mal zehn Zentimeter hoch ist oder sogar Wildwuchs, oh je, das ist schon ganz furchtbar. Und dann kommt Frau Winter mit dem Hexenladen. Ja, genau. Und war das dann nur ignorieren? Oder wie zum Beispiel, Sie haben ja auch drei Kinder in der Schule gehabt. Was hat das für die bedeutet? Also, meine Kinder, die haben es echt schwer gehabt. Also, die sind gemobbt worden. Natürlich haben sich die Medien auch drauf gestürzt quasi. Was ich natürlich auch gerne gehabt habe, weil es ist Werbung. Es ist für mich eine großartige Werbung gewesen. Radio, Lokal, Fernsehen, lokale Presse. Und natürlich wird das bekannt. Und dann waren meine Kinder natürlich Spießruten laufend in der Schule. Was heißt das? Also, Bibi Blocksberg, wo ist der Besen? Und deine Mama ist eine Hexe und was ist mit dir? Und das waren auch die harmlosen Sachen. Es gipfelte irgendwann darin, dass sie über Wochen in dem Schulbus geärgert worden sind. Dass die halt da gesungen haben, wir verbrennen die Hexen, schlag die Hexen tot. Und dann irgendwann zu Halloween haben die Nachbarskinder vor dem Haus gestanden und gesungen, wir verbrennen die Hexen. Das war dann sehr unschön. Wie gehen Sie dann oder wie sind Sie damit umgegangen oder gehen immer noch damit um, wenn sowas Ihnen erfährt? Also, in dem Moment jetzt, in dieser Situation, waren wir eigentlich eher enttäuscht, weil das die Nachbarskinder waren. Ich muss dazu sagen, mein Mann war jahrelang zu Hause, der hat die Kinder betreut. Ich habe den Laden gemacht und mein Mann ist jemand, der repariert die Fahrräder und der guckt, dass der Lederball wieder Luft hat und das alles. Die kamen alle zu ihm, weil er war ja da. Die anderen Papas waren ja alle Arbeiten. Und wenn da irgendwas am Fahrrad war, kamen die halt zu ihm und er hat das dann gemacht. Und wir waren immer Menschen, die auch die Nähe gesucht haben. Und wenn dann sowas vorkommt, ist das natürlich furchtbar. Und da haben meine Kinder eigentlich mit den Kontakten in der Nachbarschaft sehr gebrochen. Und wir auch. Also, für uns war das dann halt überhaupt nicht mehr akzeptabel. Also, man sieht, wie das auch einen Keil treiben kann in Beziehungen, in Nachbarschaften. Sie sagen jetzt, Sie sind ganz offen. Was reizt Sie denn daran, an dem, was Sie gerade gehört haben? Ja, also, ich habe in meinem privaten Leben sehr viele Dinge erlebt, die mich sehr geprägt haben. Und ich habe dann irgendwann auch überlegt, naja, wie kann man Sachen sich selbst erklären? Ich bin damals zum Beispiel auch vieles erlebt und habe dann gedacht, ich gehe nicht zum Psychologen, sondern ich will es irgendwie selbst schaffen, mich zu durchleuchten. Und bin dann zu Hellsehern gegangen und habe auch viel erfahren, so über Gespenster und so weiter. Und ich hatte eine Hellseherin, die mir etwas gesagt hat, was mich bis heute sehr geprägt hat. Sie hat gesagt, sei offen zu Gespenstern. Wenn Sie kommen, sprich mit Ihnen und schick Sie nicht weg und sei nicht böse und so weiter. Und ich habe beide schon erlebt. Also, ich habe schon gute Geister getroffen. Ich habe auch schon böse Geister getroffen. Ich war mal in einem Hotel, habe da gedreht in Hamburg. Und es war ein ganz Hotel, was ganz groß war, aber ganz leer war. Und ich bin in eine Etage gegangen und ich hatte schon irgendwie das Gefühl, irgendwas ist hier. Da ist irgendwas. Und dann bin ich in eine Etage gefahren, wo ich quasi nicht hin sollte. Und plötzlich kam der Fahrstuhl hochgefahren. Und die Tür geht auf und keiner war drin. Und ich denke, hä hä hä. Und es war wirklich niemand in dem Hotel. Und da habe ich gewusst, okay, gut, hier spukt es. Und du bist jetzt gerade in einem Bereich, wo du quasi nicht hin sollst. Und wo die Geister dir jetzt sagen, du verschwindest jetzt hier, wo du hier nicht hingehörst. Also, ich bin da sehr affin für. Ich mag es auch. Und ich mag auch das Spirituelle. Und ich finde es hochinteressant. Und was ich noch die ganze Zeit, ich will die ganze Zeit fragen, aber ich wollte weder Sie noch Sie unterbrechen. Tischerücken, funktioniert das wirklich? Nein. Also, ich... Weil das würde ich so gerne mal machen. Was das angeht, ich bin sehr, sehr... Was Gläserrücken und Oja oder Witchboards angeht, wie auch Tischerücken, das kommt ja alles aus dem 18. Jahrhundert. Das ist ja Romantik und so weiter. Da ist ja auch viel gefakt worden und so, das ist klar. Aber da stehe ich nicht hinter. Ich finde es auch nicht okay, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich will niemanden verurteilen. Ich finde es auch nicht okay, Verstorbene zu rufen. Das ist nicht in Ordnung, weil die Türen zu dieser anderen Welt sind nicht umsonst zu. Das ist ein natürlicher Gang. Leben bedingt den Tod, Tod das Leben. Das ist ganz natürlich. Und wenn die was haben, dann kommen die automatisch zu uns. Das sage ich auch jedem. Das habe ich auch gemerkt. Ja. Wenn ich unterbrechen darf, ich habe auch gemerkt zum Beispiel, die Geister, die dich suchen, kommen so oft, wie sie das Gefühl haben, deinen Kontakt zu brauchen. Und dann plötzlich waren sie weg. Ich habe das mit mehreren Menschen erlebt. Plötzlich kam dieser Geist nicht mehr, er war einfach weg. Und dann habe ich für mich das so erklärt, okay, derjenige hat jetzt hier nichts mehr zu erledigen, zu kommunizieren, zu sprechen. Frau Scheuermann, eigenartig, einzigartig. Man merkt schon, wenn man mit seiner Einzigartigkeit oder Eigenartigkeit, je nachdem wie man es sieht, rausgeht, dann kann das ja auch zu Konsequenzen führen. Sie haben die erfahren, auch Ihre Kinder haben die erfahren. Was gehört dazu, in der heutigen Zeit rauszugehen, zu sagen, ich sehe da was, ich habe diese Fähigkeiten, ich bezeichne mich als Hexe. Also ich finde das sehr beeindruckend, das haben wir ja gerade gehört, auch wie sich das bei Ihnen entwickelt hat. Und in einem Umfeld, wo das sicher gar nicht gefördert wurde, das war gar kein Thema, klang so. Und dann, man muss überhaupt erst mal merken, da ist bei mir etwas anders, als bei anderen, bei Ihnen vielleicht auch. Und das allein ist schon etwas, was erst mal persönlich beeindruckend ist, finde ich. Und was auch mit einer Stärke zu tun hat, sicher auch dann wiederum mit einem Umfeld, wo das sein durfte. Also es klingt nicht so, als ob das verboten wurde oder verhindert wurde. Ist auf der anderen Seite auch das Misstrauen verständlich, dass Leute sagen, naja, also dieses Übersinnliche, ich glaube nicht dran. Und das ist wahrscheinlich nur Geschäftemacherei und da wird mit Hoffnung gespielt oder Wünschen oder irgendwelchen Fantasien. Und in Wirklichkeit ist es Scharlatanerie. Das passiert super schnell und überall. Also ich glaube, das kennen wir alle. So wie es Menschen gibt, die nicht so normal sind oder so eingepasst wie die in den Reihenhäusern. Sofort ziehen diese Menschen Projektionen auf sich. Das heißt, andere Leute sehen das, finden da irgendwas komisch dran und projizieren ihre eigenen Themen da drauf. Das war sicher bei den Nachbarskindern so oder bei den Nachbarsfamilien. Und dann kann man vielleicht sogar irgendwann Verständnis dafür entwickeln. Aber es ist natürlich für einen selber dann in dem Fall sehr, sehr unangenehm. Und eigentlich sind es die eigenen Themen, die man auf Menschen, die nicht so normal sind, projiziert. Und die kriegen dann automatisch mehr ab. Ich wüsste auch gar nicht, ob das jetzt so an diesem Geistlichen liegt. Ich glaube, das ist auch ganz viel, wenn etwas ein bisschen anders ist, wenn es aus der Rolle fällt. Und jetzt aus meiner Position als Teil der evangelischen Kirche finde ich, ich habe vor kurzem ein Video als Teil von vielen Menschen, da wurde ich eingeladen als evangelischer Pastor. Da waren viele Esoterik-Leute, Schabane, ja, waren dabei. Und ich fand das so ein Zeichen von Respekt, dass ich gefragt wurde, eine positive Botschaft zu bringen. Und ich finde, ich habe auch eine Position. Und wenn wir reden, würdest du merken, dass ich manches anderes anders sehe. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man mit Respekt einander umgibt. Es gibt niemals einen Zeitpunkt, niemals respektlos zu werden oder diese Andersartigkeit zu verurteilen. Und ich glaube, das ist das, was es so destruktiv macht. Wie sieht das denn in Ihrem Alltag aus? Ist da alles voll Magie und Zauber? Oder sagen Sie, wenn Sie jetzt ein Auto kaufen oder einen Staubsauger, gucken Sie dann nach dem Mond? Oder ist das einfach auch so... Also ich bin auch nicht so... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bezeichne mich auch nicht als Esoterikerin. Ich bin eher Mystikerin, aber nicht Esoterikerin. Also Mond, okay, Mond und Erde spielen eine große Rolle. Ich lasse aber meine Haare nicht nach dem Mond schneiden und so weiter. Aber das ist auch egal. Klar, also ich mache das schon so, wenn man ein Auto kauft, dass ich sage, gut, das wird jetzt eben abgeräuchert mit weißem Salbei und so, dass mir das gute Dienst leistet. Das ist eine Materie, die ich gerne für mich nutzen möchte, damit ich unfallfrei fahre. Klar mache ich da schon so einige Sachen, wo der andere sagt so, die hat sie nicht mehr alle. Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, dass Sie uns da reingeholt haben in Ihre spannende Welt. Eigenartig, einzigartig. Sind wir nicht alle einzigartig, Frau Scheuermann? Sind wir auf jeden Fall. Und es gibt so unterschiedliche Arten, wie man seine Einzigartigkeit fühlen und auch leben kann und wie andere sie sehen können. Manche machen das ganz still und fallen überhaupt nicht auf. Und dennoch, wenn man ihnen näher kommt, dann sieht man das einzigartige Wesen, was niemand anders hat. Und das, finde ich, ist die große Freude, wenn man anderen Menschen begegnet. Und dann kann man eigentlich auch direkt durch die Hülle durchgucken und sieht das Wesen. Und das ist immer einzigartig. Und ich denke, das ist ein großer Wunsch von Menschen, gesehen zu werden. Also nicht optisch, sondern in seinem Wesen erkannt und gesehen zu werden. Zu den Stillen, die gar nicht auffallen, gehören Sie, glaube ich, nicht, Herr Stöckling. Sie leben in Berlin, Sie lieben Mode, Sie sind Schauspieler, Sie sind Moderator. Inwiefern leben Sie auch davon, rauszustechen aus der Menge, aufzufallen? Also genau das Gegenteil von dem einfach nur nach innen wirken? Also ich habe natürlich das, was Sie heute sehen und was ich heute bin, was ich heute mache, was ich auch, ich sage mal, ausstrahle, wenn ich in den Raum betrete, das hat sich natürlich über Jahre so aufgebaut. Also ich bin so nicht geboren und ich war auch so nicht und hatte eigentlich eher, ich sage mal, eine ganz klassische, ich sage mal, andere Jugend, dass ich halt gehänselt worden bin von Mitschülern, dass ich als immer schon merkwürdig angesehen worden bin. Obwohl ich das vielleicht zu der Zeit noch gar nicht war, aber ich habe mich nicht zugehörig gefühlt zu denen, wie die anderen waren. Wie inwiefern denn nicht? Was war denn anders bei Ihnen? Also zum Beispiel, als ich in die Schule kam, wollte ich schon nicht so aussehen wie die anderen. Ich hatte Sachen an, ich hatte orangene Jeans an, blaue Pullover, dann hatte ich irgendwelche Seidentücher an und sah eigentlich aus wie eine Modepuppe. Und habe aber das schon deswegen gemacht, weil ich nicht irgendwie einen Hikesneaker anhaben wollte oder wie die anderen Jungs aussehen, wollte ich schon gar nicht. Und ich habe quasi immer gedacht, okay, ich will anders sein. Und ich habe das aber, wenn ich das jetzt zur Revue passieren lasse und darüber nachdenke, wie das damals war, hätte ich das damals so nicht formulieren können. Das kann ich heute natürlich aus der Rückschau. Aber ich denke, wenn ich mich heute betrachte, denke ich, naja, so wird es gewesen sein. Sie haben ja gespürt schon in der Schule, Sie sind anders mit den Reaktionen der anderen, die Sie das auch haben spüren lassen. Sie wurden gehänselt und so weiter. Wenn man Sie damals gefragt hätte, Sie kommen ja aus dieser Ärzte-Dynastie, was wollen Sie denn mal werden? Was hätten oder haben Sie da gesagt? Also für mich war das schon immer klar. Ich habe natürlich dann sofort gesagt, ich will berühmt werden. Und ich weiß noch, meine Lehrerin hat mich irgendwann mal gefragt, da habe ich Abitur gemacht und guckte mich an, hat alle so gefragt, naja, Herr Stöckel, was wollen Sie denn werden? Und ich berühmt. Man kann es sich echt vorstellen. Ja, und dann guckte sie mich an, ihr entgeistertes Gesicht nach dem Motto, wie kann man nur so etwas sagen? Und sagt, ja, aber das ist kein Beruf. Damit hat sie erst mal recht? Erst mal hat sie recht. Dann habe ich gesagt, Sie haben doch gar keine Ahnung. Sie werden sich noch wundern, Sie werden alle meinen Namen noch kennen. Und sie hat gesagt, ja, ja, das glauben wir nicht. So, und heute, jetzt werde ich mal meine Lehrer alle diskreditieren, das freut mich natürlich wahnsinnig, kriege ich heute noch E-Mails von Lehrern, die sich bei mir entschuldigen, wie schlecht sie mich in Schulzeiten behandelt haben. Und ob ich nicht nochmal in die Schule kommen möchte und über meinen Lebensweg erzählen will, sage ich, nein, ich habe keine Zeit. Ich bin sehr berühmt, ich habe ganz wenig Zeit und schon gar nicht für Sie. Also, Sie hatten ja schon das Ziel, womit die Lehrerin ja recht hat, es ist nicht so ein klar formulierter Beruf, den man jetzt angehen kann. Wie haben Sie den Weg denn weiterverfolgt? Ja, also, ich habe natürlich, ich hatte wirklich einen Größenwahn und ich habe gedacht, ich bin ganz besonders und ich bin ganz anders und alle anderen können nichts und ich kann alles. Dann ist man irgendwann auf den Status gekommen, naja, gut, die anderen können vielleicht doch was, das ist ja ärgerlich. Jetzt musst du dir irgendwas überlegen, was du könntest, so. Und dann habe ich durch, durch ein, ja, ich glaube zum Beispiel ein Schicksal. Und Schicksal, meine Großmutter hat immer gesagt, Schicksal ist wie Zufall, es fällt dir etwas zu und das ist Schicksal. Und ich traf die große, ganz berühmte Schauspielerin Witta Pohl. Die Drombosch. Die Drombosch. Mit Günter Strack, große, also für die Jüngeren, die wissen gar nicht mehr, wer das ist, aber ein großer, großer, bedeutender deutscher Schauspielstar. Und wir lernten uns kennen durch, durch meinen berühmten Urgroßvater. Also wollen Sie das jetzt auch wissen, die Geschichte? Ja, der Urgroßvater kann man dazu sagen, der war stark daran beteiligt, dass es die Kinderklinik gab, auch in der Charité. Richtig, genau. Und Witta Pohl saß in einer, in einer Talkshow und hat erzählt, dass sie nichts über den Tod ihres Vaters wüsste. Und über meine Familie gibt es eine Chronik, seit Stöckel, seit 1740, 22 Bände, 220.000 Seiten, alles über jeden Stöckel und was sie alle getrieben haben und so. Und ich sitze vorm Fernseher und höre das und ich wusste das aus unserer Chronik, was mit ihrem Vater passiert ist und habe sie versucht zu kontaktieren. Aber damals war das natürlich gar nicht so einfach, einen Star wie Witta Pohl zu kontaktieren, den konntest du nicht einfach anrufen. Oder heute, wie man sagt, ich schreibe dir bei Instagram oder Facebook, das gab es ja alles nicht. Und dann hat mir ein Journalist, den ich damals schon so ein bisschen kannte, geholfen. Und irgendwann klingelte das Telefon und am Telefon sagt jemand, hallo, hier ist Witta Pohl. Und ich, oh Gott, hallo, hier ist Julien Stöckel. Und ich war ganz aufgeregt, bla bla bla. Und jetzt lange, die ganz lange Geschichte short. Dann haben wir uns getroffen und es war sofort eine Sympathie. Und durch unsere familiäre Geschichte konnten wir uns quasi, ich konnte sie aufklären, konnte ihr alles alles sagen. Und irgendwann sagt sie zu mir den Satz, weil ich mein Leben nicht vergessen, Julian, was willst du eigentlich beruflich werden? Sag ich, naja, berühmt. Und sie sagt, naja, warum wirst du nicht Schauspieler? Und dann gucke ich sie so an und denke, ja, Schauspieler, ja, ja, das ist eine gute Idee, ich werde Schauspieler. So, und dann bin ich zu Castings gelaufen, sie hat mir eine Agentur besorgt und alles Mögliche. Aber ich hatte natürlich überhaupt kein Talent. Aber sie hat schon Türen geöffnet für sie. Sie hat Türen geöffnet und hat mir zumindest Adressen genannt, wo ich mich hinbewegen kann quasi. Sie sagen, sie hatten kein Talent. Sie haben aber sich ja trotzdem so Schritt für Schritt in die Szene reingearbeitet. Es gab dann auch mal eine Situation, da waren Sie auf der Fashion Week. Richtig. Und da haben Sie eine Frau kennengelernt, die ein unglaubliches Angebot hat. Ja, das ist eigentlich auch eine skurrile Geschichte. Und die Leute denken wahrscheinlich immer, ich bin völlig verrückt, weil ich natürlich überhaupt nicht bin. Ich war dann gar nicht. Ich habe dann zwar gemerkt, also ich muss noch diese Schauspielgeschichte kurz anreißen. Ich bin dann zu Castings gelaufen und bin natürlich dann gecastet worden für so, ich sage mal, heterosexuelle Rollen. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, einen Bauarbeiter spielen ich. Ich habe mir in den Spiegel geguckt, habe gedacht, na, welcher Bauarbeiter sieht so aus? Vor allen Dingen, wenn ich da Steine verlegen muss, wie soll das werden? So, also hat das alles nicht funktioniert. Dann habe ich irgendwann gelernt, weil ich mich selbst versucht habe zu beleuchten, du musst anfangen, zu dir selbst zu stehen. Das ist natürlich bei mir auch Sexualität. Das heißt, ich habe gemerkt, okay, ich bin nicht hetero. Ich bin, ich will, ich bin alles anders. Und dann habe ich angefangen, zu mir zu stehen und habe gemerkt, okay, dein Anderssein ist dein Kapital. Und dann habe ich mich, hatte ich einen lustigen Freund und der hat so als Stricher gearbeitet. Und das war natürlich spektakulär, weil diese Szene ist natürlich deswegen so spektakulär, weil sie umringt es von Reichen, die schöne junge Leute haben wollen und die dafür bezahlen. Und der war über eingeladen, wurde von irgendwelchen Leuten eingeladen. Und er sagt, ja, ich gehe zur Fashion Week, willst du nicht mitkommen? Sag ich, ja, gerne, lustig, gucke ich mir an. Und ich war dann ganz bunt und schrill und la la la, hallo, hier bin ich. Und plötzlich kommt eine Dame auf mich zu und sagt, wer sind Sie eigentlich? So oft sehe ich Sie in Berlin, wer sind Sie eigentlich? Und ich war ja so frech, ich habe gesagt, was geht Sie das an? Und sie guckt mich an und sagt, sind Sie Designer? Und dann habe ich so drei Sekunden überlegt, soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Nein. Ja, ich bin Designer. Und dann guckt sie mich an und sagt, naja, dann können Sie doch mal eine Fashion Show für uns machen. Sag ich, na, kein Problem, Fashion Show. So, die wäre wie aus dem Ärmel. So, und bin nach Hause gegangen, habe meiner Mutter gesagt, was ich gemacht habe, habe geheult. So, ich habe gesagt, oh Gott, im Fashion Show, wie geht denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und dann habe ich meine Stricherfreundin angerufen und habe gesagt, naja, können wir morgen dann nochmal hingehen? Ich muss mir das angucken, wie geht dieses System, Fashion Show und so. Und wir wieder hin, ich sitze mich so hin und überlege, aha, Presse, Promis, Laufsteg, Models, Kollektion, ist also alles wichtig. Da habe ich gedacht, aha, das eine bedingt das andere. Presse ist dafür da, um es zu promoten. Promis kommen, damit Presse kommt und Kollektionen wollen groß gemacht werden, damit Kanaster. So, und da habe ich überlegt, kein Problem, kann ich. Dann habe ich junge Designer gesucht, die quasi noch nie eine Kollektion präsentiert haben, habe alle Stars, die ich bis Sarte schon kannte, eingeladen und habe die Presse eingeladen und gesagt, ich mache eine Riesenshow, ihr müsst alle kommen. Und dann kamen sie alle. Also so ein bisschen fake it till you make it. Wenn ich es nicht kann, ich tue einfach so, irgendwas passiert. Weil ich dachte, naja, wen interessiert es? Und das wirklich skurril an der Geschichte war, dann habe ich die Frau, die mich ja fragte, sind Sie Designer? Gefragt, na, wer sind Sie eigentlich? Und dann sagte sie mir, ja, mein Name ist Petro Hoffmann-Stahl, ich bin die Chefin von L'Oreal Professional. Und ich, ahaha, ahaha, so. Und das war natürlich spektakulär. Ich habe einer L'Oreal-Chefin gesagt, ich werde Designer. Und sie hat es mir auch noch geglaubt. Das heißt, ich habe überzeugend das repräsentiert, was sie sich in mir vorgestellt hat. Und so bin ich dann in dieses, ich sag mal, Geschäft reingekommen. Dann habe ich Shows gemacht, Shows gemacht, Shows gemacht. Und irgendwann kam das Fernsehen. Und hat dann über mich berichtet und hat gesagt, wer ist eigentlich dieses skurriler Berliner Junge, der Shows macht, wo sich die Promis die Klinke geben, um Goodiebesack zu greifen und Champagner zu saufen. So bin ich bekannt geworden. Dann kam das Dschungelcamp, dann kam eins nach dem anderen. Jetzt sind Sie eine Medienfigur, die sehr viele Menschen kennen. Nun hört sich das so an. Ich will nicht sagen, es hört sich leicht an. Aber es hört sich so an, ja, da kommt halt eins zum anderen. Sie stehen jetzt da in diesem Rampenlicht. Was genießen Sie eigentlich daran? Also, ich muss ein kleines Stück ausholen. Also, ich habe quasi, als ich jünger war, habe ich quasi gar nicht gewusst, dass ich überhaupt existieren darf. Ich habe gar keine Daseinsberechtigung gefühlt. Ich habe gedacht, okay, gut, du bist nicht hetero. Du passt nicht in diese Schublade und du passt auch nicht in diese Schublade. Meine Mitschüler haben mich gehänselt. Meine Lehrer haben sich totlacht über mich. Ich hatte gar keine Daseinsberechtigung. Und durch diese Fashion-Shows, die ja wie die Jungfrau zum Kind mir zufielen. Sie sagten vorhin den Satz, es begegnet den Menschen, die dir begegnen sollen. Das ist in meinem Fall. Eine Hellseherin hat mal zu mir gesagt, sie haben nur Glück durch andere. Ihnen begegnen Menschen, die ihnen etwas bringen. Und das ist wirklich mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben sind mir Menschen begegnet, die mir Dinge mitbrachten. Manchmal waren es auch nur die Leute selbst, die sich mitbrachten. Und dann, müssen Sie sich vorstellen, war ich ja irgendwie durch diese Shows, also ich wurde dann populärer, wie Sie schon richtig gesagt haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, na ja, gut, jetzt muss es irgendwie auch weitergehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Berühmtsein ist kein Beruf. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt fängst du an. Dann habe ich Schauspielunterricht genommen, ich habe Spracheunterricht genommen, habe angefangen zu singen und wollte dann aus meinem Leben etwas machen. Und merkte, dieses Berühmt-fürs Berühmtsein reicht allein nicht aus. Und jetzt, wo ich so merke, dass zum Beispiel, ich mache jetzt zum Beispiel auch Bühnenshows und mache Moderation und so weiter und so fort, kommen Menschen in meine Shows oder da, wo ich bin und freuen sich, mich zu sehen. Und ich habe gelernt, früher habe ich gedacht, fürs Berühmtsein ist das schon alles. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass du etwas bewegst in Menschen. Und heute zum Beispiel möchte ich ohne Garstigkeit, ohne Bösartigkeit, viele Kollegen lästern ja und sind negativ. Ich möchte nur positiv sein. Ich hasse es, wenn Leute zicken, negativ sind, mäkeln, sich beschweren. Ich nie. Ich möchte, dass das Publikum von mir gut unterhalten wird. Dass die anderen, also heute ist es mir wichtiger, dass die anderen, wenn sie mich sehen, sagen, ich mag den. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Stöckel Horror, diese lustige Tunte mit dem Turban, wie sieht die eigentlich aus und so. Aber es gibt genug Leute, wie sie sagen, die mich mögen. Und das gibt mir heute so Energy. Man würde sagen, wie Udo Jürgens immer gesagt hat, der Applaus, wenn der Applaus kommt, dann ist das das Gefühl. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es immer noch Leute gibt, die wie damals die Lehrerin sagen, naja gut, der ist da berühmt, der macht seine schrillen Sachen, aber was kann der denn? Der macht da einfach nur sein Ding, ist ein bisschen lustig. Unterschätzen Sie auch Leute, unterschätzen auch Menschen, was dazugehört, so eine Figur zu sein? Also ich werde natürlich pausenlos unterschätzt. Also pausenlos sagen Leute, naja, Stöckel ist so eine lustige Tunte, die ist ein bisschen bunt, dann trägt sie eine Tonne Schmuck und sieben Tonnen Make-up und alles glitzert und fungelt und so weiter und so fort. Was dahinter steckt, wie viel Disziplin, wie viel Engagement, wie viel ich selbst für meine eigene Karriere investiere. Und zum Beispiel ich, wenn man mich fragen würde, was ist der Schlüssel zu Erfolg? Ein gutes Netzwerk. Du kannst noch so talentiert sein und noch so gut sein, aber wenn du keine guten Netzwerke hast, die dich mittragen und die dir auch etwas besorgen und dir etwas ermöglichen, wirst du niemals etwas werden. Und ich habe halt gelernt, dass gerade wenn ich unterschätzt werde und dann irgendwo hinkomme, wie zum Beispiel in dieses berühmte Nachtcafé beim SWR, eine weltweite Show, merken dann natürlich der Zuschauer, guck, diese lustige Tunte kann doch drei Sätze gerade ausreden. Ist ja eine Sensation. Und dann ist sie vielleicht noch ein bisschen witzig und unterhaltsam und der Rest ist das, was das Publikum in mir sieht. Man sieht das eine in Ihnen und das ist ja auch wichtig. Sie sagen, Sie wollen gute Laune geben, aber wenn wir uns jetzt miteinander unterhalten, möchte ich Sie ja kennenlernen. Und das eine ist natürlich das, was einem das Rampenlicht gibt. Aber im Licht zu sein kann ja auch zu einer Obsession sein, kann ja auch zu einer psychischen Belastung werden. Ein guter Freund von Ihnen, mit dem haben Sie das auf tragische Weise erfahren. Genau, ich habe einen Schicksalsschlag erlebt, der ja, also im Grunde genommen mein ganzes Leben zu dieser Zeit einmal in der Mitte durchgebrochen hat. Mein besser Freund ist ums Leben gekommen und das ist eine Mischung, ich würde das heute sagen, aus Mord und Selbstmord. Also es war so ein bisschen, es war so, es gibt so Zeugenaussagen, die sagen dies und ich will darauf gar nicht so sehr eingehen, auf diesen Tod an sich. Auf jeden Fall starb er in einer Zeit, in der ich mich sehr stark fühlte und in dem Moment habe ich gedacht, die Götter und die Geister entreißen mir jetzt das, was mir am meisten bedeutet hat. Weil wir waren so was, eine Mischung zwischen, ich sag mal Freunde, vielleicht waren wir auch am Ansatz eines Paar, ein Paar zu werden, das kann ich aus heutiger Sicht gar nicht mehr so genau beleuchten. Aber er hat mir viel Energie gegeben und als er starb, habe ich gedacht, ich muss jetzt auch sterben. Ich muss jetzt sterben, ich kann gar nicht weiterleben, weil ich das gar nicht ertragen kann. Ich wusste nicht wofür, warum, wieso, warum muss ich, warum muss ich leben? Und diesen Ring trug er in der Nacht, als er starb. Und den trage ich seit dem Tag. Und das Witzige ist, es kamen ganz viele dazu. Diesen Ring hat mir meine Mutter geschenkt, den hat mein Freund mir geschenkt. Und Schmuck wurde dann, ich sag jetzt mal im übertragenen Sinn, auch so ein bisschen etwas, das ich Menschen mit mir trage. Und eine Hellseherin, zu der ich immer gegangen bin, hat einen spektakulären Satz gesagt, der mich zum einen eigentlich aus der Bahn wieder geworfen hat, aber mir auch viele Antworten gab. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie diese drei Ringe nebeneinander legen und jetzt stellen Sie sich vor, ich bin hier und mein bester Freund starb. Diese Lücke wurde frei. Ich stand immer im Hintergrund, ich war immer in der zweiten Reihe. Und dann war ja die einzige Möglichkeit, die ich gehen konnte, dorthin. Und diese Hellseherin hat zu mir gesagt, sein Tod hat dich befreit. Das Interessante ist, dass es stimmt, weil wäre er nicht gestorben, wäre ich nie in die Lage gekommen, etwas aus mir zu machen. Vielleicht wäre ich eine Spielerfrau geworden und wäre einfach nur eine, die mit ihrer Valentino-Tasche über den Kudamm latscht und hofft nach einer anderen Tasche. Aber ich musste plötzlich aus mir etwas machen, was ich, das war also für mich, deswegen ist das Thema für mich so interessant. Ich glaube an, ich glaube nicht an Gott, ich glaube aber an Energien und Magien und ich glaube an Götter. Und meine Großmutter hat immer gesagt, du bist nur so berühmt wie der Thron, auf dem du sitzt, den die Leute tragen. Und bei mir ist es so, meine Energie, mein persönlicher Spirit, das zu machen, was ich mache, ist, dass ich morgens aufstehe, habe ich eine gewisse Lustlosigkeit. Und dann kommen die Götter, klopfen bei mir und sagen, Stöckel, wir haben dich zu dem gemacht, was du heute bist. Du stehst jetzt auf und setz dich an den Schreibtisch und arbeitest. Und dann denke ich, oh Gott, die Götter haben mich zu dem gemacht, was ich bin, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Und so ist mein Spirit heute auch immer noch. Ich denke, du hast dir immer gewünscht, berühmt zu werden, jetzt bist du ein Weltstar. So, und jetzt muss ich natürlich damit mich daran arrangieren. Ich meine, und Sie haben auch einen Weg gefunden, durch einen Tief wie den Tod Ihres Freundes zu gehen. Und wenn es das ist, dass Sie mit den Ringen quasi immer Menschen bei sich haben, das ist ja offensichtlich ihr Weg. Ich muss zum Beispiel auch nach Hause gehen, wenn ich sie vergesse. Wenn ich rausgehe und ich vergesse die Ringe, ich muss sofort, ich kann nicht ohne Ringe das Haus verlassen. Deswegen bin ich tätowiert. Siehst du das da selber? Das hat alles eine Bedeutung wie bei dir. Also meine Tattoos haben alle eine Bedeutung. Jetzt tatsächlich hier, Totenkopf ist ja auch dabei, aber Tod Jesu. Ja. Und, äh, voll praktisch. Frau Scheuermann, auf eins möchte ich noch hinaus. Das im Licht stehen, das einzigartig sein, das kann uns ja Kraft geben. Aber wenn wir das Gefühl haben, ich entwickle eine Angst, dass das nicht mehr passiert, und es wird zum Druck, wie groß ist auch die Gefahr, dass uns das krank macht. Das ist sozusagen auf der anderen Seite, wenn man erstmal dahin will. Sie haben gesagt, Sie wollen berühmt werden. Und, ähm, das ist, also dass das auf Widerstand stößt bei den Lehrerinnen, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Aber dabei ist es nichts anderes, als wenn, wenn jemand sagt, was willst du denn später machen? Ähm, ich will was mit Menschen machen. Ja, das ist so gut akzeptiert. Genauso, und da ist auch noch nicht der Beruf drin. Aber das ist alles noch auf dem Weg nach oben, sozusagen. Und wenn, ähm, wenn man da angekommen ist, ähm, dann kann es sein, dass es schwierig wird, weil dann muss man diese Position sozusagen halten. Dann kann es auch sein, dass andere nachkommen, wo man Angst bekommen kann, dass die einen verdrängen von dieser Position. Und dann kommt man in eine andere Situation sozusagen. Und, ähm, das ist wichtig, damit dann auch irgendwie umgehen zu können. Und ich kenne viele, die gerade, also diesen Aufwärtsweg gut schaffen. Ja, da will man irgendwo hin, da ist auch Ehrgeiz dabei und Freude. Und, ähm, die dann eher verkrampfen, weil sie diese Position halten wollen. Und ich denke, so Erfahrungen von jemandem verabschieden, loszulassen, ähm, etwas gelingt nicht. Die sind so wichtig, um locker zu bleiben. Ja, und nicht da an irgendwas festzuhalten, was vielleicht gar nicht mehr dran ist. Gerade im Showbereich gibt es ja immer wieder neue Gesichter, ja. Facebook, überall gibt es wieder neue, die sich präsentieren. Und es kann sich ja diese Angst entwickeln, irgendwann nicht mehr gesehen zu werden. Was tun Sie da? Spüren Sie das? Und wenn Sie sie spüren, was tun Sie, um das Ganze drumherum auch nicht zu wichtig zu nehmen? Also ich glaube, dass ich, ähm, einen ganz gesunden Background hab. Also ich hab zum Beispiel, Sie sehen mich natürlich heute in der Figur Julian F.M. Stöckel, wie mich das Publikum kennt, wie mich Produzenten kennen und so weiter und so fort. Und dass ich nicht jeden Tag aufgedonnert wie Prima Donna irgendwie einkaufen gehe, ist auch klar und so. Und ich hab zum Beispiel, ich merke mit jedem Jahr, was ich älter werde, dass ich quasi privat die große Aufmerksamkeit gar nicht mehr so brauche. Ich bin froh, wenn ich mit Leuten, die ich sehr mag, und dazu gehören einige Kollegen, die ich sehr mag, mit denen ich essen gehe oder mit meinem Freund oder mit meiner Familie und so weiter. Das ist quasi, der Stellenwert hat sich verändert. Aber was natürlich klar ist, Scheinwerferlicht ist an und Scheinwerferlicht geht wieder aus. Und ich glaube, wir haben gerade im Showbusiness immer eine wellenförmige Karriere. Sie ist mal ganz oben, mal ist sie ganz unten. Und ich hab gelernt, es reicht nicht, morgens aufzustehen und zu sagen, ha, ich bin Julian F.M. Stöckel und ich bin überhaupt der Größte, sondern ich überlege jeden Tag, okay, was könntest du morgen machen, was machen die anderen. Ich guck zum Beispiel auch wahnsinnig gern Kollegen zu. Wie moderieren sie? Wie spielen sie? Ich mache ja in Berlin zum Beispiel auch heute jetzt keine Shows mehr, also keine Fashion Shows mehr, aber ich geb Feste. Ich hab zum Beispiel vor drei Jahren einen Maskenball auf einem Schloss gemacht und ich versuche mich dann kreativ auf anderen Feldern zu betätigen, um auch mich selbst vor mir selbst nicht zu langweilen. Dass ich so sage, ach, jetzt moderierst du die 500. Gala und machst das nächste Format und blablabla, sondern dass ich auch selbst morgens noch Lust habe, das zu sein, was ich bin. Und natürlich hast du auch Kollegen zum Beispiel, die dir das neiden, klar. Es kommen auch neue Kollegen, jüngere oder ältere, wie auch immer, die quasi da ran wollen. Aber ich glaube, und wenn ich das sagen darf, am Ende des Tages möchte keiner sein wie Julian F.M. Stöckel, weil das bedingt schon eine hohe Disziplin. Und ich weiß nicht, wenn ich ihn nach Herrn Turban aufsetzen würde und die Paillettenjacke, wie gern sie das sein wollen würden. Ja, das wäre trotzdem nicht Julian F.M. Stöckel. Deswegen, also ich glaube, am Ende des Tages bedeutet es sehr viel Disziplin, eigene Disziplin, das so durchzusehen, wie ich bin. Weil ich habe mir irgendwo, ich sage mal, einen Platz in unserem Geschäft gebaut, der mir keiner als Streitig macht, weil das muss man erst mal sein wollen. Und ich bin das ja konsequent. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sie so wie Julian F.M. Stöckel sein wollen. Und das zumindest strahlen Sie aus. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn wir über eigenartig, einzigartig reden, dann gehören Sie in diese Runde auf jeden Fall auch mit rein. Ich habe ja gesagt, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Sie sind eine professionelle Meerjungfrau. Nun faszinieren uns Meerjungfrauen ja schon seit Jahrhundert als Fabelwesen. Was fasziniert Sie an diesen Fabelwesen? Also bei mir ging die Faszination los, als ich glaube ich fünf Jahre alt war und das erste Mal Ariel gesehen habe. Und einfach diese unglaublich tolle Unterwasserwelt, wie Ariel da auch in dieser tollen Bewegung, die wir als Menschen so ja gar nicht kennen, dieser Flossenbewegung halt, sich da fortbewegt hat. Und seit dem Moment war es einfach so, ich wollte Meerjungfrau sein. Das kitzelt. Ich will den Stanz anfassen. Man könnte ja sagen, ach das ist irgendein Spleen, ja, mit einem tollen Kostüm, aber bei Ihnen steckt ja mehr dahinter. Sie sind ja auch wirklich in der Unterwasserwelt unterwegs und um da ein Gespür dafür zu bekommen, sehen wir jetzt auch Bilder dieser Unterwasserwelt. Wenn Sie dort unterwegs sind, wie begegnen Ihnen dann die Tiere unter Wasser? Das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich bin erstmal ausgebildete Tauchlehrerin und auch Abnöhe Taucherin, um überhaupt meine Luftlänge anhalten zu können. So bevor ich mich dann in Richtung Meerjungfrau entwickelt habe und habe dementsprechend schon viele Begegnungen mit diversen Meereslebewesen gehabt. Und auch auf unterschiedliche Art und Weise, als Schnorchler, als Taucher und auch als Meerjungfrau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich als Meerjungfrau unterwegs bin, dass da doch diese Connection zwischen den Tieren und mir anders ist. Also ich hatte zum Beispiel ein ganz tolles Erlebnis im Roten Meer vor einigen Jahren, wo ich mit meiner Meerjungfrauenflosse dann ins Meer gesprungen bin. Und da war so eine Gruppe voller Delfinen. Und die ganze Crew drumherum wusste halt auch nicht, wie reagieren jetzt wilde Delfine auf eine Meerjungfrau. Und das war dann auch total interessant, das zu beobachten, weil die am Anfang wirklich so ihre Distanz gehalten haben. Und dann von Zeit zu Zeit immer näher gekommen sind, näher und näher. Und als ich dann zur Oberfläche hochgegangen bin, haben meine Sicherheitstaucher drumherum gesagt, Katja, Kat, immer wenn du an der Oberfläche bist, da kommen so ein, zwei Delfine. Die sind direkt unter der Wasseroberfläche und gucken seine Schwanzflosse an. So von hinten, so, hä, was ist sie denn jetzt? Ist sie ein Fisch? Ist sie eine Meerjungfrau? Ist sie ein Mensch? Gehört sie zu uns? Weil es natürlich auch einmal eine andere Bewegung ist. Dann hinterlasse ich keine, oder ich erzeuge keine Geräusche, wie so ein Taucher das macht, durch das Atmen unter Wasser, die Luftblasen, sind da Geräusche. Und dann kommt noch hinzu, dass ich unter Wasser halt auch keine Maske trage. Das heißt, ich sehe auch nicht klar, ich sehe halt, ja, je nach Sicht und Lichtverhältnissen halt wirklich manchmal nur so Schatten und so. Und dann, ja, blieb diese Gruppe von Delphinen aber wirklich so lange da. Und ich habe dann angefangen, so ein paar Experimente zu machen, habe dann Richtungswechsel gemacht. Und die sind dann wirklich mir hinterher geschwommen. Und zum Schluss war es so, dass ich dann auf der Stelle geblieben bin und habe mich auf der Stelle quasi gedreht und hatte dann immer so ein, zwei Delfine, die halt im Kreis um mich rum geschwommen sind, Augenkontakt hatten. Und wirklich wie, fast wie so ein Pferd, hoch und runter gegangen und gespielt haben und, ja, einfach so eine ganz tolle... Aber wie lange bist du denn unter Wasser? Ohne Luft und ohne Brille und alles? Also... Das klingt ja nach drei Stunden. Auf jeden Fall nicht nur nach 30 Sekunden, ja. Also ich bin halt auch richtige Unterwasser-Stuntfrau. Das bedeutet, ich arbeite teilweise auf Tiefen bis zu 40 Metern. Aber jetzt in dem Fall mit dem Delfin war es zum Beispiel so, dass ich einfach von der Oberfläche aus jedes Mal halt abgetaucht bin und eine gewisse Zeit unter Wasser war. So, wieder hochgekommen zur Oberfläche, um zu atmen. Aber wie lange können Sie unter Wasser bleiben? Wenn ich also wirklich entspannt bin, so bis zu ungefähr dreieinhalb Minuten. Wow. Aber bei so einem Shooting oder bei so einem Erlebnis mit den Delfinen ist das natürlich nicht so. Es gibt ganz viele Faktoren im Wasser, die einen beeinflussen. Zum Beispiel sind da Strömungen, sind da Wellen. Wie ist die Temperatur? Es gehört leider mit zu meinem Job, dass ich halt meistens unterkühlt bin, wenn ich im kalten Wasser arbeite. Oder wenn natürlich Delfine, Haie, Salzwasser, Krokodile oder so um mich rumschwimmen, dann ist man natürlich excited. Das ist aber das jetzt immer ein Schummelcamp. Salzwasser, Krokodile, oh Gott, das ist ein Wahnsinn. Sie schwimmen ja auch mit Haien? Ja, ich liebe Haie. Ich glaube, können wir uns alle gar nicht so vorstellen. Das ist leider halt, ja, wenn man natürlich so in die Runde fragt, mögt ihr Delfine, sagen alle ja, mögt ihr Haie, sagen alle, ich weiß nicht. Eher nicht. Aber leider ist es halt wirklich so, dass Haie halt in den Medien und auch in der Filmindustrie halt ganz anders dargestellt werden als so ein Delfin. Ich arbeite ja auch mit Haiexperten zusammen. Also ich bin schon auch mit Tigerhaien geschwommen und sämtlichen anderen Haiarten. Ich habe auch Selbstversuche mal gemacht, weil es ja auch in Filmen oft so dargestellt wird, da blutet jemand am Finger und auf einmal tümmelt sich das Wasser mit Haien. Das stimmt auch überhaupt nicht. Haie reagieren neu auf Menschenblut. Wenn man jetzt Blut von Fischen oder sowas ins Wasser tut und Haie drumherum sind, dann kommen sie an. Menschliches Blut ist... Ich meine, ich bin kein Experte, ich würde trotzdem nicht jedem raten, wenn er mal irgendwie mit einer... Ja, irgendwo unterwegs ist auf dem Schiff, ach, da ist ein Hai, ich spring rein. Also vielleicht sollte man sich zumindest auskennen. Es gibt natürlich verschiedene Haiarten und zeigen auch verschiedene Verhaltensmuster. Also ein Bullenhai verhält sich zum Beispiel anders als ein Tigerhai oder ein Hammerhai. Aber grundsätzlich, wenn man einem Hai begegnet, ohne dass es geplant war, sollte man einfach immer nach Möglichkeit Ruhe bewahren und Augenkontakt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist wegschwimmen. So spannend Haie sind. Besonders interessieren wir uns heute für Sie. Das, was Sie heute beschreiben, wirkt ja wie ein wahrgewordener Traum. Hatten Sie denn den Traum als Kind auch? Also als Kind, wie gesagt, nachdem ich Ariel gesehen habe, fing das zwar mal an. Ich habe meinen Vater damals tatsächlich gebeten, ob er mir nicht mal so eine Meerjungfrauenflosse bauen könnte. Gab es damals ja noch nicht. Mein leiblicher Vater war beim Sondereinsatzkommando bei der Polizei, dementsprechend einer von den richtig harten Jungs. Und auch sehr überbeschützend. Und der hat mir zur Antwort gegeben, naja, wenn du mit zusammengebundenen Beinen ins Wasser springst, ertrinkst du. Also war der Traum erstmal erledigt, aber ich weiß immer noch, wie ich Stunden über Stunden da saß, meine Beine überkreuzt habe, gehofft habe, dass die irgendwann zu so einer Flosse zusammenwachsen. Und im Sommer im Freibad mit meinen Freundinnen sind wir auch immer in dieser Delfinbewegung unter Wasser geschwommen. Aber es hat dann wirklich seit 20 Jahren doch gedauert, bis ich dann mehr Jungfrau wurde. Sie waren ja auch erst Model, ja, und haben dann auch Unterwasseraufnahmen gemacht, haben Wettbewerb gewonnen, sind dann mit ihrem damaligen Ehemann auch nach Thailand gezogen, auf Phuket. Wie war denn dann der Anfang, die ersten Schritte, das erste Kostüm? Ja, genau, es ging los. Ich bin ausgewandert, hatte dann meine Ausbildung zur Tauchlehrerin angefangen. Und nachdem ich dann so viele Berührungspunkte mit dieser wunderschönen Unterwasserwelt hatte, habe ich mich dann halt an diesen Kindheitstraum erinnert, gesagt, den lässt du jetzt wahr werden. Hab dann auch ein paar Leuten davon erzählt, ich werde jetzt mehr Jungfrau. Und dann war natürlich auch die Reaktion erstmal, hä, was willst du denn? Und ich hatte aber auch gleich so diese Vorstellung, ich möchte mehr Jungfrauenflossen produzieren. Und ja, wurde dann halt auch erstmal ganz doof angeguckt, von mir ist ja kein richtiger Job und hier und da. Und du immer mit deinen Träumen und naja. Und in Thailand, genau, ging es dann los, habe ich erstmal überlegt, was muss denn so eine Meerjungfrau können? Die muss unter Wasser, ja, muss erstmal in Luft. Ganz pragmatisch, A, B, C, ich mache eine Liste. Genau, was muss man können? Habe dann angefangen mit den Apnoeltauchen, habe gelernt, meine Luft länger anzuhalten. Hatte dann ja schon den Vorteil, da ich früher als internationales Fashionmodel gearbeitet habe, dass ich halt vor der Kamera mich schon ganz gut bewegen konnte. So, aber das Ganze erst unter Wasser zu machen, ist nochmal anders. Alleine, ich weiß nicht, hat hier in der Runde vielleicht schon mal jemand versucht, Luft anhalten und einfach sich auf den Boden setzen im Pool. Gar nicht so einfach, ne? Ich habe das dann erstmal geübt. Und dann bin ich zum Schneider nebenan gegangen, der halt so Wetsuits herstellt. Habe dem erzählt, okay, ich brauche jetzt so ein Kostüm so und so und so. Guckt er mich natürlich an, so ein kleiner, süßer Teil. Aber wir haben das dann irgendwann hingekriegt und ja, somit war Mermaid Cat dann irgendwann offiziell geboren. Und ja, dann sprach sich das auf dieser kleinen Insel natürlich rum wie so ein Buschfeuer und dann ging das ganz schnell, zack, 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 zack. Was ich mich frage, Sie haben gesagt, auch wenn andere Leute gucken und sagen, der ist eigenartig oder so und ist das ein Beruf, berühmt sein. Sie sagen, ich gebe anderen Leuten was und ich finde, das zu spüren und zu sagen, die hören mir gerne zu und ich verändere da was in ihrem Leben und sei es, dass ich ihnen eine Laune mitgebe, ist ja schon was. Würden Sie auch sagen, Sie geben Leuten auch was mit dem, was Sie sind? Ja, definitiv. Als ich meine ersten Veranstaltungen hatte, wo ich gebucht wurde, habe ich das gemerkt, dass ganz viele Leute auf mich zukamen mit so einer Faszination. Oh, eine echte Meerjungfrau und vor allem auch ganz viele Mädchen und Frauen, die gesagt haben, ich wollte auch immer Meerjungfrau werden. Und dann habe ich halt gemerkt, ich bin nicht die Einzige, die halt davon träumen, so ein kleiner Fisch zu sein und hatte dann die Idee, eine Meerjungfrauenschule zu eröffnen. Habe das dann auch gemacht 2012, das war die erste öffentliche Meerjungfrauenschule der Welt und habe angefangen, anderen dabei zu helfen, auch zu erlernen, wie man Meerjungfrau wird. Und mittlerweile habe ich in Deutschland, bin ich in sieben Bundesländern vertreten, habe ein ganz tolles Team von derzeit 15 Lehrern, die regelmäßig Meerjungfrauenschwimm unterrichten. Und das sind teilweise Kinder, teilweise auch Erwachsene. Und ja, wir helfen einfach grundsätzlich dabei, dass Leute ihre Träume leben, dass Leute überhaupt erstmal wieder Träume haben, an sich selbst glauben. Einfach diesen grauen Alltag, den viele haben. Ich meine, bei Kindern, was weiß ich, ob es jetzt Krankheit in der Familie ist, Eltern lassen sich scheiden oder was auch immer. Einfach mal wirklich eine Zeit und einen Ort zu schaffen, wo Menschen einfach frei von jeglichen Judgments, Beurteilung von anderen Leuten sein können. Und da Gleichgesinnten, die einfach eine tolle Zeit verbringen möchten in einer Fantasiewelt. Sie sind in zweiter Ehe verheiratet mit einem Unterwasserfotografen. Ist es also in gewisser Weise auch da, vielleicht platt gedacht, aber auch die Liebe zum Meer, die Sie schon mit verbindet? Ja, also mein Mann und ich haben uns durchs Tauchen kennengelernt in Thailand damals. Im Wasser. Im Wasser sozusagen. Unter Wasser natürlich, nicht im Wasser. Und er war dann einmal dabei, als ich so einen kleinen Workshop unterrichtet habe. Da waren, glaube ich, damals dann fünf Meerjungfrauen, meine Schüler und ich. Und da hat er das erste Mal gesehen, Meerjungfrauen, was ist denn hier? Und hat sich dann dafür interessiert und wir haben uns dann angefreundet. Er war dann irgendwann mal mein Sicherheitstaucher bei so Shootings. Und als wir uns dann näher gekommen sind, hat er sich irgendwann halt in Richtung Unterwasserfotograf auch entwickelt. War ja früher schon Fotografer und Taucher. Und das ist halt jetzt, es geht jetzt so Hand in Hand. Wir reisen sehr viel zusammen und arbeiten zusammen. Und man vergisst ja immer, ich bin ja immer die Bekloppte, die halt vor der Kamera zu sehen ist, die mit den Haien schwimmt und mit Salzwasser-Krokodilen und so. Was aber viele vergessen, er ist derjenige, der auch immer mit rein muss. Aber er hat nicht noch die Kamera. Genau. Jetzt ist es ja so, die Bilder, die wir gesehen haben, sind unheimlich ästhetisch. Nun ist es ja im Meer, wie wir wissen, nicht mehr nur schön bunt und idyllisch. Wie viel Zerstörung sehen Sie auch? Oh, leider viel zu viel. Also ich sehe immer wieder zum Beispiel, dass Riffe kaputt sind. Ich sehe immer wieder, ja, wie doch gewisse Bereiche absolut überfischt sind. Oder halt einfach auch die Umweltverschmutzung. Also wie viel Müll im Meer ist. Und das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie einfach nur Schnuren und Angelhaken einzeln. Wo wir innerhalb von einer Woche auf den Malediven wirklich drei große Beute gesammelt haben von nur einzelnen Angelschnuren und Haken. Und das geht natürlich weiter. Wenn man sich auch die Fishing-Industrie anguckt, die teilweise Netze haben, die 30 Kilometer oder so lang sind. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann diese Netze teilweise einfach über Bord schmeißen, weil es für die mehr Profit bedeutet, das Boot oder Schiff mit Fisch aufzuladen. Anstelle dieses Netz zurückbringen. Und dann solche sogenannten Geisternetze halt im Meer zurückbleiben. Und darüber hinaus tausende von Lebewesen. Ich meine, Sie machen ja auch darauf aufmerksam, wie sehr brauchen wir auch Menschen, die anders sind und auf solche Themen aufmerksam machen. Das denke ich, ist genau dieser andere Aspekt. Also zum einen helfen Sie Menschen, dass Sie Ihren Traum leben. Also auch mehr Jungfrau sein. Aber Sie sind ja auch Vorbild, weil Sie zeigen, aus einem nicht vorhandenen Beruf kann man so viel machen. Und diese Entwicklung dann hin auch noch auf Missstände im Meer aufmerksam zu machen. Oder bei Ihnen ja auch. Das hat sich entwickelt. Und das, finde ich, ist das, was dann wie Vorreiter ist, Vorbild. Und was andere Menschen ermutigen kann, wow, das geht ja. Und am Anfang haben alle gelacht. Bei Ihnen ja auch. Und das ist so wie ein zweiter Effekt, den das hat, wenn man so sehr sein eigenes macht. Jetzt sind ja viele daran beteiligt. Also Ihr Mann ist mit unter Wasser, Ihre Mutter, glaube ich, hilft auch mit, das zu entwerfen. Übrigens gutes Design, was sagt der Mode-Expert? Ja, also es ist ja so, wenn ich einen Satz schnell sagen darf, was ja auch ein Phänomen ist, ist ja, ich meine, Meerjungfrau, also Ariel ist ja eigentlich ein Star, der nie existiert. Es ist ja quasi eine Figur aus der Fantasie. Aber ganz viele Menschen verbinden damit was. Also es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die vielleicht, sagen wir mal, nicht so selbstbewusst sind, auch selbstbewusst sind, dass sie in eine Rolle schlüpfen können, der sie vielleicht vorher nicht waren. Und ich meine, ich habe ja vorhin schon gefragt, ich wollte ja auch so gerne mich mal in so einen Schwanz reinstopfen. Also ich finde das ja, ich weiß noch nicht, ich sehe aus wie eine Presswurst dann wahrscheinlich. Weil du bist ja so schön, Sie sind ja so schön schlangen, wenn ich mich da reinquetsche, na gute Nacht auch. Ja, ich ärgere mich auch gerade total, dass ich nicht einfach nochmal so eine zweite Flosse mitgebracht habe. Ich hätte mich so gerne auch in der Flosse hier gesehen. Ich wäre vor Ihrem Augen da, ich hätte mich da reingezwängt. Das machen wir definitiv. Ich glaube, ich würde gerne ansetzen an das, was Sie gesagt haben. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, wenn es Ihnen einerseits gelingt, Fantasie zu beflügeln und auf der anderen Seite dann auch aufmerksam zu machen auf die Meere und die Bedeutung der Meere auf unserem Planeten zu schärfen, dann haben Sie schon viel erreicht. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke schön. Herr Schneider, kommen wir zu Ihnen, zu Ihrem Leben und was Sie machen. Sie sind Pastor in einer Freikirche in Wuppertal und Sie sagen ja, man ist so, wie man ist und so geht man auch irgendwo hin. Ich stelle mir jetzt vor, Sie gehen in so einen Seniorenkreis und die Leute kennen Sie nicht gleich und Sie kommen da so an, wie Sie jetzt sind. Zucken die da nicht auch erstmal zusammen? Ja, also jeder, der eine bestimmte Optik hat, natürlich verbinden Menschen was damit. Ja, packen mich in Kategorien. Tatsächlich, ohne Witz, die beiden Extreme oder zwei Extreme sind mir heute passiert. Heute spricht mich eine Frau an, meint sie, Sie sind doch ein Nazi, oder? Und ich dachte so, das hat die jetzt nicht gesagt, ne? Und ich so, wie bitte? Nein, auf keinen Fall. Und dann meinte ich so, kein Mensch ist besser als der andere. Und es ist furchtbar, dass Menschen so denken und, ja, und dann musste sie sich erstmal was anhören. Und ich finde das, ja, man erlebt es natürlich, das erlebt ihr auch. Also Sie treffen schon auf die Vorurteile? Ja, normalerweise sagen die uns das, also sagen sie mir das nicht. Sondern wahrscheinlich wird es viel gedacht, aber natürlich trifft man das hier und da auch. Aber das ist ja vielleicht genau der Punkt, wo ich dann eingreifen kann und sage, sobald ich den Mund aufmache, hoffentlich merkt man, dass es eben nur ein Vorurteil ist. Aber erstmal ist das Äußerliche ja da. Also ich weiß, ich hatte früher richtig lange Haare. Ich übrigens auch. So eine Matte. Und Dreadlocks hatte ich. Ja, und wenn man mit so einer langen Haare und dann mit solchen langen Haaren und dann kommt es auf das Auto an, aber früher über eine Grenze fahren wollte, man konnte die Uhr danach stellen. Ich wurde immer rausgewogen. Sind Sie nicht auch der Typ, der erstmal von der Polizei gefilzt wird? Das war das zweite Erlebnis. Nein, nicht gefilzt, aber die waren sehr, sehr nett. Erzählen Sie mal. Ja, also auch hier, hallo, wo wollen Sie denn hin? Und dann meinte ich, ja, ich bin beruflich unterwegs. Ja, wohin denn? SWR? Nachtcafé? Ah, ich bin Pastor. So, nee. Und dann kamen wir ganz toll ins Gespräch. Es geht auch um Vorurteile, dass man eben nicht in Kategorien reingebracht hat. Ich habe davon erzählt, so, ey, eben gerade wurde ich für Nazi gehalten. Also, also, in meiner Welt ist das ganz weit weg. Man sollte vielleicht wissen, heute sind Sie verheiratet, haben vier Kinder. Sie sind in Wolfsburg groß geworden, haben als Jugendlicher auch gar nicht so viel mit Kirche und Glauben zu tun gehabt und sind dann über einen Cousin an den Glauben gekommen. Was haben Sie da denn gesucht und offenbar gefunden? Also, es waren zwei Sachen. Das eine war, dass ich bei meinem Cousin, Andi, ich habe Gitarre gelernt. Ja, und da war irgendwie so ein Friede. Und ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber da war irgendwie dieser Friede, weiß ich, bei mir war es so Party, Saufen, Tralala. Ja, aber für mich war das so, das ist so, da muss doch irgendwie mehr sein im Leben. Da muss eine Berufung sein. Irgendwie, da muss, es muss mehr sein. Als mit 65 dann nach dem VW-Werk, ja, alle sind am Land. Ja, ich habe mein Haus, ich habe meinen Garten und das war es, ja. Hast du auch erzählt, so Standard. Sondern da muss doch mehr im Leben sein. Und da war so eine Sehnsucht auf der einen Seite und irgendwie diese, die hatten so einen Frieden. Und genau, auf der anderen Seite eine Sehnsucht nach Bedeutung, nach Berufung, nach Sinn im Leben. Also, warum lebe ich? Ist das jetzt, ich muss eine bestimmte Zeit auch in bestimmten Rastern mich bewegen und dann ist es vorbei und dann sage ich Dankeschön und das war es. Und da war so in mir der Wunsch nach Einzigartigkeit und irgendwie auch, ich dachte so, ey, der Mensch ist so faszinierend, da muss doch mehr sein. Und er gab mir, da war ganz viel Antwort im christlichen Glauben. Sie haben ja dann auch Theologie studiert, haben da erstmal, Sie hatten damals auch, glaube ich, schon die Oberarme und die Tattoos. Ja, das, das fing mit meinem Zivi an. Ja, also, ich konnte kein Skaten, ich war früher Skater oder ich habe viel geskatet und dann waren da, aber war ich im Dorf, da waren zu viele Kuhfladen, so viele Ollis kannst du nicht machen. Und dann, okay, was machst du für Sport? Also, das war in der christlichen Drogenreha, habe ich Zivi gemacht und dann war das okay. Trainierst du, das ist cool, Muskeln und so, finde ich auch super. Energie rauslassen, ich brauche, ich habe gut gefuttert, Essen war umsonst, weißt du, und dann gefuttert und dann bin ich zu diesem Bodybuilding gekommen, zum Kraftsport, weil du kannst das so einstellen, wie du möchtest, ja, zu deiner Uhrzeit. Es hat auch ganz viel, ich mag auch immer Sachen ganzheitlich und ja, da. Aber Sie sind, wenn Sie heute als Pastor arbeiten, würden Sie sagen, weil Sie so sind, wie Sie sind, sprechen Sie Leute an, die sonst vielleicht gar kein Interesse haben, an Kirche, beziehungsweise auch an Glauben? Ja. Ja? Würde ich sagen. Also, ist der Körper Ihr Marketinginstrument, so ein bisschen? Marketing würde ich nicht sagen. Aber, und auch nicht nur der Körper, sondern ich würde sagen, wie es oft im Leben ist, Dinge oder Leidenschaften sind eine Brücke, die uns verbindet. Ja, weil ich glaube ebenfalls auch, es geht immer um Begegnung. Ja. Und Sport und natürlich auch dieser Fitnesssport und ich bin auch ein Disziplin, ähm, ein Typ, ich brauche immer ein Ziel. Also, ich mache erst eine Kraftphase, dann mache ich eine Diätphase, jetzt bin ich gerade wieder Diätphase, äh, und ich, ich brauche auch immer ein Ziel. Also, ich, ich bin so manchmal auch ein bisschen ruhelos, so ne, ich brauche immer irgendein Projekt, immer was machen. Und, ähm, da hilft mir das, ähm, ich sag mal so, diesen, im Fitnessbereich redet man von Lifestyle. Bei mir ist es auch ein Lifestyle, ist es auch ein Teil meines Lebens, der Sport, aber es ist auch eine Liebe zum Sport. Und die verbindet mich auch mit anderen Menschen. Und dann ist es für mich eine Brücke, ähm, um über meine wirkliche Leidenschaft zu reden, nämlich Gott. Und was, was Gott für mich bedeutet, ähm, was Gott im Leben anderer Menschen machen möchte, dass Gott sie liebt, egal wie sie aussehen. Und das ist ja überhaupt nicht Trend, weil nur wenn du, äh, Sixpack hast und hier Instagram und superdünn und hier, sondern so wie du bist, dickdünn, braune Haut, was auch immer, äh, Tattoos, hin oder her, ähm, ja. Aber er ist auf jeden Fall auch der schärfste Pastor, den ich je gesehen habe. Also, wenn ich mir vorstelle, würde ich so sehen, Pastoren in der Kirche, ich würde sofort in die Kirche gehen und beten, bis mir die Finger blühen. Also, sehr herrlich. Aber es ist ja schon wieder... Ich gehe nach Wuppertal. Ich gehe gleich nach Wuppertal. Wir haben ein Fitnessstudio eröffnet. Oh, wie aufregend. Aber ein Punkt dazu. Sie erreichen das, weil Sie wieder auffallen. Sie haben gesagt, eigentlich sind wir alle einzigartig, auch wenn wir still sind, auch wenn wir unauffällig sind. Wir haben das ja alles in uns. Sind wir heute eine Gesellschaft, die das eigentlich mehr nach außen gibt, die Einzigartigkeit nach außen interpretiert und sagt, das muss ein individueller Lebensentwurf sein, man muss auffallen, um was zu erreichen. Ist das heute der Trend? Ich denke, es gibt schon so einen Trend, dieses alles außergewöhnlich, bloß nicht irgendwo in der Mitte und normal sein. Und das ist eigentlich schade, weil gerade zum Beispiel auch Introvertiertere, Stillere, das sind ja oft die Introvertierteren, die wollen das nicht oder können das vielleicht auch nicht so gut. Oder das entspricht ihnen nicht. Und ich finde dieses, also dieses Auffallen, ja, zu sehen sein, herausragen, wenn es von innen heraus geschieht, also wenn es aus einem inneren Streben heraus ist, dann ist es alles wunderbar. Wenn es so sein muss, weil die Gesellschaft sagt, nur dann bist du gut oder weil die Eltern vielleicht auch sagen, jemanden trimmen oder trainieren, dann führt es eher in ein Leiden. Also das ist meine Erfahrung auch, wenn ich merke, Menschen verfolgen nicht ihr eigenes, sondern etwas, wo sie denken, sie müssen so sein, einen Auftrag, dann wird es auch zu anstrengend irgendwann. Sie machen auf mich den Eindruck, dass sie sagen, nehmt jeden so, wie er ist, beurteilt ihn nicht nach dem Äußeren, denn jeder ist anders und das ist ja auch gut so. Nun ist es ja auch so, sie sind Pastor einer Freikirche. Von Freikirchen weiß man ja, dass sie oft sehr nah und wörtlich an der Bibel sich orientieren und sagen, Kein Sex vor der Ehe gegen Schwangerschaftsabbruch, auch eine kritische Haltung gegenüber Homosexualität haben. Ist das nicht ein Widerspruch? Das sind natürlich verschiedene kritische oder unterschiedliche Themen. Und was da falsch verstanden wird, glaube ich, und ich kann ja auch erstmal nur von mir reden. Ich kann nicht für alle Freikirchen dieser Welt oder für die evangelische Kirche reden, wo wir ein Teil davon sind, sondern das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man neu versteht, oder das ist auch mein Wunsch, dass man eben so kommen kann, wie man ist. Und es eben nicht so ist, ich muss mich irgendwie bestimmten Verhaltenskodex unterhalten, verhalten oder unter Jochen oder Unterorten und dann darf ich zu einer Kirche kommen, zu unserer Kirche oder in den Gottesdienst oder ein Teil davon sein, sondern der Ansatz ist, du kannst, so wie du bist, mit all deinen Ecken und Vorlieben oder was auch immer, kannst du kommen und kannst ein Teil davon sein. Ja? Der zweite Punkt ist, dass natürlich wir, dass für mich Wachstum, also ich spreche auch ganz viel vom Wachstum, natürlich auch immer Veränderung beinhaltet. Ja? Aber Veränderung ist nicht etwas, wo wir sagen, okay, du musst jetzt so und so sein. Ja? Ähm, das ist etwas, was wir gemeinsam entdecken wollen. Wie interpretierst du das, wenn du sagst, du lebst mit Gott? Ja? Und da möchten wir Inspiration sein, aber nicht, wenn du das nicht so lebst, dann darfst du nicht ein Teil sein. Ja? Und auch da wird es natürlich auch sehr unterschiedlich ausgelebt. So. Ja? Und, ähm... Ob es Partnerschaft ist, ob es Sex vor der Ehe ist. Und die Frage ist, was ist Sex vor der Ehe? Ist es Berührung oder nicht? Heute wird man ja wegen Berührung schon verhaftet. Naja. Ähm, nein. Eher Corona-Verordnung. Und, ähm, ich finde, dass dieses Thema überschattet einfach die Grundbotschaft auch der Bibel, so wie ich es verstehe, dass wir, dass Gott uns eben nicht verurteilen will, sondern uns zusammenbringen möchte in Jesus. Und aus dieser Begegnung heraus, so verstehe ich das, können wir gemeinsam herausfinden, was bedeutet das, mit Gott zu leben. Ja? Und da habe ich ethische Vorstellungen. Ja? Aber dazu gehört auch Ehrlichkeit, Redlichkeit und natürlich auch eine Vorstellung von Sexualität, wie ich das möchte. Aber, ähm, in Respekt so, dass ich sage, okay, jeder, du kannst das so leben, wie ich es sehe. Und, ähm, und wir, wir sind, gehen respektvoll miteinander um. Es hat sich ja in den letzten, ähm, Jahrzehnten unheimlich viel verändert in dieser Gesellschaft. Wie entsteht eigentlich unsere Vorstellung davon, ähm, was Norm ist und was anders ist? Also, im Wesentlichen wird das geprägt durch verschiedene Kreise von Beziehungen, die wir um uns haben. Also, die Familien natürlich, die Eltern oder die engere, die engeren Bezugspersonen geben uns ganz viel mit. Ganz viel wird ja geprägt in den ersten Lebensjahren. Aber dann kommen natürlich mehr dazu. Dann kommt die Schule, die Nachbarschaft, das Umfeld. Ähm, wir lesen, wir hören, wir sehen, wir sind in den Medien unterwegs. Und alles, ähm, vermittelt ein, ein gewisses, ja, in verschiedene Richtungen. Ähm, was ist richtig und was ist falsch? Soziale Normen, die auch gut sind, die wir auch brauchen. Ähm, und das kann eine Einschränkung sein. Ich denke, bei uns gibt es sehr, sehr viel Freiheit. Also, dass wir hier so sitzen können, ist, glaube ich, ähm, etwas, ähm, was in vielen oder den meisten anderen Ländern dieser Welt nicht so sein könnte und dürfte. Das ist ein großes Privileg, was wir haben. Und dennoch gibt es natürlich auch Einschränkungen dabei. Und, ähm, sich darüber wiederum hin, selbst wegsetzen zu können und dieses ganz eigene zu leben, ist eine unglaubliche Freiheit, die wir haben. Und ich finde, das ist auch, wenn ich da anknüpfen darf, für mich auch was ganz, ganz Spannendes zu sagen, okay, ähm, ich mache mir auch sehr viel Gedanken, was, ähm, über, 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 natürlich über Normen, äh, philosophisch gesehen über Wahrheiten, was ist wahr, was ist eine absolute Wahrheit, die für jeden gilt und was ist vielleicht eine, gibt es das, relative Wahrheit, was ist Norm, was ist, was ist meine persönliche Auslegung und, äh, da sind ganz, ganz viele Punkte, worüber man reden kann und ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir darüber reden und dass man aber auch sagen kann, nee, das sehe ich jetzt aber anders. So, meins ist richtig und das ist okay. Ohne jemanden die Menschlichkeit oder die Würde, äh, abzusprechen, ja? Schön, dass Sie da sind, äh, schön, dass wir Sie über das Äußerliche hinaus kennenlernen durften und grüßen Sie uns auf jeden Fall Wuppertal. Ja, sehr gut. Aber erst bleiben Sie ja noch bei uns. Ja. Ähm, was eigenartig ist, ähm, das liegt ja oft auch im Auge des Betrachters, äh, feststeht, nicht jeder kommt auf die, auf die Idee, ein Dackelmuseum zu eröffnen. Und unser nächster Gast hat aber genau diese Idee gehabt und ich darf sagen, sie scheint gut zu laufen. Nochmal herzlich willkommen, Herr Kuhlbeck. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ähm, dieses Dackelmuseum, von, von dem ich spreche, ist das denn im wörtlichen Sinne einzigartig, also ist es das Einzige der Welt? Es ist, äh, laut Wikipedia, äh, das Einzige der Welt. Es ist vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege als kulturhistorisches Museum anerkannt worden. Und ist nachweislich das erste und einzige Dackelmuseum weltweit. Jetzt habe ich gerade nur Sie vorgestellt. Äh, wir sehen ja jetzt, wir haben noch drei weitere Gäste, das ist ein bisschen unhöflich. Vielleicht könnten Sie die anderen auch noch vorstellen. Gut, mit dabei sind heute Seppi, Moni und Blümchen bei unseren amerikanischen. In der Reihenfolge von rechts nach links? Oh, Moment mal, hier ist der Seppi und hier ist, der ist Blümchen und hier ist die Moni. Aha. Bei unseren amerikanischen Gästen, die ja an der Donau entlang reisen, sagen wir natürlich immer auch Donau, ihn und Ilz. Passau, die drei Dackelstadt, die drei Flüssestadt und ja, die sind halt mit hier dabei. Was hat Ihnen denn den Gedanken gegeben oder die Erkenntnis gebracht, dass Dackel museumswürdig sind? Das ist alles so ein Zufall, das kann man eigentlich in einer, in der kurzen Zeit gar nicht erklären. Ich habe seit meiner Kindheit mit den Dackeln zu tun, bin sehr früh dem ersten Dackel begegnet und für mich stand immer fest, wenn ein Haustier ein Hund, dann kann es nur ein Dackel sein. Das war vor 30 Jahren und wir haben ja viele Jahre auch dann die Passauer Blumenwerkstatt geführt, zusammen mit meinem Mann Oliver und haben dann 2014 am Residenzplatz, am schönsten, besten Platz der Stadt Passau, einen bayerischen Souvenirladen eröffnet. Und unter anderem natürlich bayerische Souvenirs, da darf natürlich einer nicht fehlen, das ist der Wackeldackel, der seit 1965 von der gleichen Firma produziert wird. Und wir haben relativ schnell festgestellt, Moment mal, das Thema Dackel bewegt, weltweit. Ich glaube, das war noch nicht allen so klar, aber das ist gut, dass Sie das wissen. Nicht einmal uns selbst. Okay. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben die eigenen Dackel ewig schon an der Seite, suchen wir nach Produkten. Messe dort, Messe da, Messe da und man kriegt ja nirgendwo einen einzelnen Dackel oder zehn Stück Wackeldackel, Mindestabnahme, Mindestmenge. Und so haben wir halt das Sortiment innerhalb von drei Jahren auf ungefähr 100, 150 Produkte erweitert. Aber darauf zu kommen, diese Idee zu haben, ich setze jetzt auf Dackel, Sie haben gesagt, Sie und Ihr Partner hatten ja einen gut gehenden Blumenladen. Also was haben denn die Banken gesagt? Waren die sofort begeistert und gesagt, klar, Dackel, neuer Trend? Nein, wir haben 25 Jahre lang sehr, sehr erfolgreich die legendäre Passauer Blumenwerkstatt geführt. Und Oliver ist dann erkrankt, hat den Blinddarmdurchbruch, ich selbst habe mir das Sprunggelenk gebrochen und dann haben wir gesagt, wir müssen etwas verändern. Und das ist aus dem Zufall heraus entstanden. Und wir haben dann gesagt, oder ich war eigentlich derjenige, ich war 25 Jahre auf der Hohen Bühne, wir haben 20 Jahre international auch Bühnenshows gemacht für das Fachpublikum. Und wir verändern das. Und wir wussten ja von diesem Souvenirladen, dass das Thema Dackel funktioniert. Dass das aber so durch die Decke geht, das ahnten auch wir nicht. Und ich finde, jetzt haben wir die Dackel hier liegen. Sie reden über das Museum. Wir haben aber auch Bilder des Dackelmuseums. Zeigen Sie uns doch mal, was einen erwartet, wenn man da reinkommt. Also ins Dackelmuseum, hier haben wir es. Sie sind schon mal beide immer da? Das sind beide, wir sind beide da. Das ist einzelne Vitrinen. Hier sieht man den Dackel und das bayerische Bier. Vielleicht hier auch noch gut zu erkennen, der legendäre Wackeldackel. Dann kommt gleich hier die gehäkelte Klorolle, die man früher kannte. Das sind die internationalen Dackel aus aller Welt. Der Dackel ist ja auf allen fünf Kontinenten vertreten. Selbstverständlich. Der goldene Dackel ist eigentlich so der größte momentan im Museum. Das ist ein Samissurium an Dackel-Exponaten. Ja, und der Besucher hat in 21 Vitrinen im Moment circa zweieinhalb Tausend Dackel zu sehen. Zweieinhalb Tausend Dackel? Ja, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was Sie haben. Also, ich glaube, zweieinhalb reichen es schon. Im Museum sind zweieinhalb Tausend. Insgesamt umfasst die Sammlung über 10.000 Exponate. Und wurde letzten Montag vom Rekordinstitut Deutschland als die weltweit größte Sammlung an Dackel-Sammlungen anerkannt. Jetzt gratulieren wir mal hier. Ist ja ganz frisch. Jetzt gehen Sie mit dem Museum ja auch auf Tour. Was sehen wir denn hier? Das ist eines der kleinsten Museen der Welt. Es gibt noch ein Museum in der Schweiz. Das ist eine Türe mit einem Fenster. Und mit dem gehen wir auf Tour. Wir waren letztes Jahr im Januar in Berlin. Hier sind Alabaster, Elfenbein, Marmor, Porzellan, Glas, Gold, Silber, Messing. Das sind 200 der kleinsten Exponate, die wir haben. Und die werden eben dann für Events, wenn wir außerhalb sind, ausgestellt. Und da hinten sehe ich Dackelhauptstadt Passau auf jeden Fall. Ja, die ist dann durch uns entstanden. Die Dackelhauptstadt Passau. Wobei wir auch mittlerweile als die europäische Dackelhauptstadt bezeichnet werden. Selbstverständlich ist eigentlich zu klein. Aber wir haben es nicht selber forciert, das haben die Leute mit uns gemacht. Also wir merkten schnell, hoppala, da ist ein Hype um dieses Thema Dackel. Seit letzter Woche ist er ja auch wieder in Deutschland unter den Top Ten. Und haben halt einfach dem Zeitgeist gefolgt und das, was die Leute uns gesagt haben. Ihr müsst da mehr und gibt es dann mehr. Und so ist es entstanden. Ich wollte schon sagen, ich meine, die drei, die fühlen sich offensichtlich wohl hier. Und ich glaube, ich wollte es gar nicht sagen. Man hatte eine Zeit lang nämlich den Eindruck, dass der Dackel gar nicht mehr so im Trend. Ja, genau. Ihr hört jetzt mal nicht zu. Aber das hat sich gedreht. Ja, vielleicht haben wir einen großen Beitrag dazu geleistet. So in den 80ern ging es eigentlich bergab mit dem Dackel. Aber jetzt boomt er wieder ohne Ende. Die Züchter haben unglaublich viele Anfragen. Und das Besondere am Hund, am Dackel ist ja der legendäre Dackelblick, die Anhänglichkeit, der Stursinn, das Anschmigsame und das Eigenwillige. Und wenn Sie sagen eigenwillig, wir sagen ja eigenartig, einzigartig. Was haben die drei jetzt jeweils einzigartig? Ja, sehen Sie das nicht? Die liegen erst mal alle relativ ähnlich da. Die liegen jetzt hier eineinhalb Stunden und genießen das Rampenlicht und sind völlig relaxt. Also so genießen die, ne? Es ist aber nicht jeder Dackel gleich. Die sind halt auch schon das Rampenlicht gewöhnt. Sie sehen auf jeden Fall total entspannt aus. Sind sie, ja. Sie haben ja noch einiges mitgebracht. Was sind denn Ihre Lieblingsexponate? Ja, wir haben vor zwei Jahren eine Sammlung mit 567 der wohl wertvollsten Exponate erhalten, die wir jemals gesehen haben. Das ist der Nachlass der Brigitta von Wirth aus Stuttgart. Und die hat uns unter anderem hier diese Silberschatulle, dieses Etui gegeben, mit Emaillenmalerei. Dann hier zu sehen, ist ein Häkelnattel-Etui handgeschnitzt. Und für das, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, muss ich fast meine Handschuhe anziehen, weil der Wert dieses Exponats schon ein sehr hoher ist. Und den gibt es eigentlich nicht sehr oft. Das war ein Zufall. Sie steigern gerade die Spannung. Ja, ja. Jetzt werden schon noch die weißen Handschuhe ausgepackt. Einen Aschenbecher von der Volkstädter Höchstporzellanmanufaktur. Der Aschenbecher ist vom Jubilier Friedrich in Baden-Baden handbemalt. Kommt quasi nach Hause jetzt. Er kommt heute nach Hause. Der Dackel, der hier oben zu sehen, ist aus Tigerauge. Das ist ein Halb-Edelstein. Und die kleinen Augen, die er hat, sind Rubine. Oh, also welchen Wert sehen wir hier gerade vor uns? Ja, so an die dreieinhalbtausend Euro. Seien Sie vorsichtig. Ja, ja, packe ich wieder. Gibt es denn eigentlich auch ein Zuviel der Dackel-Verehrung? Ich meine, Tierrechner sagen ja auch immer, keine Vermenschlichung und so weiter. Nein. Nee? Der Dackel oder auch das Museum, das ist ein gelebter Lebenstraum, den wir uns damit erfüllt haben. Dass es natürlich diese Dimensionen annimmt und dass wir, ohne überheblich zu sein, über Nachtwelt berühmt geworden sind. Das ist eigentlich, oftmals sitzen wir am Abend da und sagen, was geht denn da ab? Wir waren mit einer Seite in der Washington Post, wir waren auf BBC, New York Times, überall. London hat ein Stadtmarketing, da stand geschrieben, London beneidet Passau um dieses Museum. Und ich meine, das hätte man natürlich mit keinem anderen Hund zusammenbringen können, als wie mit dem heimlichen Wappentier der Bayern, dem Dackel. Wenn man Sie noch mal betrachtet, Ihre Eltern hatten sieben Kinder, zwei sind verstorben, Ihr Vater ist auch früh verstorben, da waren Sie sieben. So einen Weg zu gehen, das ist ja schon eine eigenwillige Entscheidung. Mussten Sie das früh lernen, also auch eigenwillige Wege zu gehen? Ja gut, als mein Vater starb, meine Mutter stand hier mit den Kindern, die hatte natürlich auch nicht die Zeit dafür. Und ich habe mich halt dann schon früh genug auf eigene Beine stellen müssen und hatte unglaublich viel Glück in meinem Leben bis zum heutigen Tag, dass ich zur richtigen Zeit den richtigen Menschen begegnet bin, die mich unterstützt haben, die mein Talent erkannt haben und die mich dann auch gefördert haben. Und so ging der Weg eigentlich kontinuierlich nach oben. Und ich bin jetzt 56 Jahre alt und kann sagen, dass ich in meinem bisherigen Leben alles erreicht habe, was man sich nur erträumen kann. Und das ist eine unglaubliche Zufriedenheit. Das ist schön zu sagen. Und ein großer Stolz und vor allem mit dieser beider Hände Arbeit. Und da kann ich Ihnen was erzählen, es gibt eine nette Geschichte. Als ich circa 15 Jahre alt war, hatte ich eine Auftragsarbeit für einen Kunden gemacht und der kam dann zum Bezahlen ins Geschäft und hat bezahlt und gab mir ein kleines Kuvert. Und da waren 100 D-Mark drin, für damalige Zeit unglaublich. Und es stand ein Zettel dabei, sie haben goldene Hände. Das kann man von vielen nicht behaupten. Diesen Zettel habe ich noch und der hat mein Leben geprägt. Und das ist für mich war immer so ein Antrieb, Seppi. Du hast zwar nicht die finanziellen Möglichkeiten und auch vielleicht nicht die schulischen Bildungen. Ich konnte nicht studieren. Wir mussten früh arbeiten. Aber das, was ich und dann wir beide erreicht haben, ist was Unglaubliches. Und ich kann sagen, ich habe ein weltberühmtes Museum erreicht. Ich habe ein wunderschönes Haus gebaut. Ich habe eine Familie, die Familie Dackelbein. Was möchte man mehr? Ja, da haben Sie recht. Sie genießen das Leben, das spürt man auch. Ist es auch manchmal anstrengend, der Dackel, Seppi zu sein, überall, wenn Sie rausgehen? Ja, mittlerweile ist es natürlich so, dass die Leute uns überall kennen. Und wir werden sehr viel angesprochen. Es gab, jetzt geht es einigermaßen, man lernt ja nie aus. Man kann gut mit der Situation umgehen. Aber es gibt schon auch Momente, wo es anstrengend ist. Und weil die Leute möchten ja alles wissen. Die ganze Entstehung. Und wie sind sie da draufgekommen? Und, 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 und. Seit wann sammeln sie? Und es ist anstrengend. Aber es ist auch irgendwo was Schönes, dass man eine Marke erreicht hat, ohne es eigentlich direkt zu wollen. Sondern das haben die Leute mit mir, mit uns gemacht. Und ich war über 25 Jahre der Blumenseppi. Im Souvenirladen war ich der Brezenseppi. Wir haben da so große Schwimmbrezen verkauft. Und jetzt bin ich der Dackelseppi. Und das ist die höchste Auszeichnung für mich. Und das freut mich. Und vor allem ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Und so wie das Museum. Und ohne es forciert zu haben, etwas Unglaubliches erreicht zu haben. Wir sagen ja eigenartig, einzigartig. Eine Eigenart von Ihnen ist auch, dass Sie Menschen und auch Lebensphasen Blumen zuordnen. In welcher Lebensphase sind Sie denn jetzt? Welcher Blume? Für mich ist eigentlich die Farbenvielfalt, die Buntheit der Blumen das Allerschönste, weil das die Lebensfreude pur ausstrahlt. Hat vielleicht ein bisschen was mit mir zu tun. Ich habe keine schwarzen Klamotten. Ich gehe, wenn ich zur Beerdigung gehen muss, habe ich schon schwarz. Aber ansonsten bin ich eher farbenfroh. Natürlich ist die Farbe grün meine Farbe. Und ich werde dann oftmals von den Leuten auch angesprochen, ja, heute haben Sie nichts Grünes an. Was ist denn los? Und ansonsten gibt es natürlich Blumen, die Symbole haben. Aber für mich sind die Vielfalt und diese Allmacht Gottes, die Schöpfung, dieses Wunderschöne der Natur, ob es Bäume sind, Pflanzen, die Blumen, das ist etwas Unglaubliches. Und ich habe die hohe Ehre, immer noch mit den friedvollsten Geschöpfen der Erde spielen zu dürfen. Mit all ihren Farben und mit all ihrer Schönheit. Und das ist so viel Balsam für die Seele. Also die Liebe zu den Blumen und zu den Pflanzen und zur Natur ist geblieben. Für die, die sich das nicht merken konnten, vielleicht könnten Sie noch einmal die Namen nennen dieser drei Gäste. Der Seppi, die Moni und das Blümchen. Also Seppi, Moni und Blümchen. Alle drei total entspannt. Wir wünschen Ihnen und Seppi, Moni und Blümchen. Danke. Jetzt wird doch gekrault, oder? Jetzt gibt es eine Belohnung. Ach, eine Belohnung. Ja, die haben Sie verdient. Ausnahmsweise immer was Größeres. Also. Seppi? Einer für Seppi, einer für Blümchen, einer für Moni. So, da hat sich der Besuch im Nachtcafé doch voll gelobt. Vielen Dank. Danke an Sie. Danke. Jetzt müssen wir auch noch mal applaudieren. Danke. Vielen Dank und alles Gute. Frau Scheuermann, wir haben so viel über Eigenartigkeit, Einzigartigkeit gesprochen. Jetzt muss ich aufpassen hier. Ist dieses Nach-außen-Einzigartigsein eigentlich das, was uns zufrieden macht? Oder wo finden wir die innere Zufriedenheit? Ich glaube, wir finden sie vor allem, wenn wir dieses Nach-außen mit dem Nach-innen verbinden. Und da haben wir so viele schöne, wirklich, also ich finde, sehr beeindruckende Beispiele heute gehört. Also wunderschöne Erzählungen davon, wie Inneres und Äußeres zusammenkommt und dadurch sich etwas entfaltet. Und dann geht es ganz leicht. Also es ist wie von selbst, haben Sie gerade gesagt. Es ist dann nicht das Verbissene. Und auch bei Ihnen noch mal, wenn man ein ganz strenges Ziel hat, dann hat man Scheuklappen auf und dann sieht man nicht mehr, was am Wegesrande passiert. Und bei Ihnen sind immer wieder, Sie haben gesagt, die Menschen kommen zu Ihnen. Es gibt Begegnungen und daraus entwickelt sich der neue Weg. Also der Weg entsteht, während man ihn gerade geht. Bei Ihnen ja auch. Und das ist das Schöne. Dann kommt Inneres und Äußeres zusammen. Vielen Dank an Sie, Frau Scheuermann. Vielen Dank an Seppi, Moni und Blümchen. Und an all unsere anderen Gäste. Einzigartig ist das Wahre, eigenartig gehört dazu. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann mit dem Thema, was im Leben wirklich zählt. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.